Lark, was ist mit dir, du Hufnso? Keiner außer euch wusste davon. Wenn er so weitermacht, tritt er ihn tot. Wir werden diese Leute finden und sie bestrafen. Laberfach. Felix Lobrecht. Sonne und Beton. Inhaltswarnung. In dieser Folge geht es mehrfach um Gewalt, die in den Lesestücken auch ziemlich drastisch beschrieben wird. Auch gewalttätige Eltern und Alkoholismus spielen eine Rolle. Wenn diese Themen dir gerade nicht gut tun, hör dir lieber eine andere Laberfachfolge an. Moin zum bodenständigen Kulturfunk. Heute dabei Hanna. Walla, was geht? Und Julia. Hallöchen. Und Paul. Tschüss, Digga, hi. Mein Name ist Stefan. Wir lesen hier gebildete Bücher und erörtern am Ende, ob die etwas in Klassenzimmern zu suchen haben. Wir haben heute sehr hohes Cringe-Potenzial, wie ihr bereits gehört habt. Vier mittelalte Akademiker Allmanns reden über Berliner Ghetto-Geschichten. Wow. Läuft. Unangenehm. Ja, genau. Wir lesen Sonne und Beton, einen Roman von 2017, der mir hier in der siebzehnten Auflage vorliegt. Wow. Das ist mein Statement. Geschrieben von Felix Lobrecht, der diesen anderen Podcast macht, der nicht so weltbekannt ist wie wir, eher so nischig, aber hat er auch. Gemischtes Hack. Kenn ich gar nicht. Nee. Vielleicht verhelfen wir dem jetzt zum Durchprobieren. Julia, wann hast du das denn gelesen? Ich habe das vor vier Jahren zum ersten Mal gelesen. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Und ich war damals recht begeistert. Also ich dachte so, ach, das ist ja cool, das kann man ja bestimmt mal ganz gut lesen mit unseren Berufsfachschulklassen, also den Jungs und Mädels, die ihren Zehnerabschluss oder mittleren Schulabschluss nachmachen, weil das bestimmt die Leutchen irgendwie abholt. Dachte ich damals. Heute denke ich vielleicht ein bisschen anders drüber, mal gucken. Aber da habe ich es zum ersten Mal gelesen. Ja, 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 ich fürchte schon. Ja, jetzt habe ich es natürlich nochmal gelesen und auch nochmal gehört und bin jetzt voll drin. Nice. Hannah? Ich habe es das erste Mal als Graphic Novel gelesen, die ja auch viel später rauskam, weil ich damals überlegt habe, so etwas Graphic Noveliges auch mit meiner Klasse zu machen. und da kannte ich schon das Buch und ich wusste, der Film ist irgendwie gerade erschienen und in aller Munde. Und dann habe ich es halt als Graphic Novel gesehen und habe damit eigentlich angefangen. Das Buch selber habe ich vor allen Dingen jetzt die ganze letzte Woche gehört und nebenbei gelesen. Und also ich bin Fan, muss ich sagen. Nachdem ich das erste, die ersten anderthalb Kapitel sprachlich irgendwie auch hinter mich gebracht hatte. Also ich weiß nicht, wie man das nett sagen kann. Als Deutschlehrerin muss man da echt sein Ego mal hinten anstellen. Und danach fand ich es aber einfach auch super spannend. Für mich sehr schwierig ist, dass ich sowas sofort in meinen Sprachgebrauch übernehme. Und wenn man die ganze Zeit das Hörbuch hört, und ich kann halt nur Hörbuch hören, wenn ich gerade auf dem Weg zu irgendwelchen Konferenzen, wichtigen Meetings und Sonstigem bin. Und eigentlich bin ich halt immer überall angekommen mit dem Matur. Walla, was geht? Kein Bock auf die Scheiße. Und du denkst mal, ah, falsche Stimmung, Hanna. Du musst dich jetzt echt zusammenreißen. Okay, für dich ist es auch was. Paul? Ich habe das gelesen vor ungefähr anderthalb Monaten. Krasse Geschichte, die wirklich wie aus dem Leben gegriffen wirkt. Das war im Vergleich zu dem, was wir hier sonst so lesen für den Podcast. Eine ziemliche Überraschung. Okay, ist das was für dich? Ja, schon, irgendwie. Es ist ein bisschen gemischte Gefühle. Ich habe da ein bisschen so ambivalente Gefühle zu. Das liegt daran eher, glaube ich, dass ich nicht unbedingt so ein Realgeschichten-Mensch bin. Ich liebe eher Fantasy und so ein Kram. Aber es überzeugt schon, sehr aus dem Leben gegriffen. Und das ist dann was wieder, was mich daran reizt. Wie gesagt, ambivalente Gefühle. Okay. Stefan? Ich habe das vor zwei Wochen gelesen, beziehungsweise gehört. Also da ist eine komplette Autorenlesung von Felix Lobrecht zur Zeit frei auf Spotify. Und der bekommt das deutlich besser hin, als die Stimme in meinem Kopf das hinbekommen würde. Das ist so ein bisschen wie bei dem Lehmann, den wir gelesen haben. Das Buch gefällt mir ausgezeichnet. Also das ist eine Milieustudie. Es geht richtig zur Sache. Also wow. Weil die Inhaltswarnung habt ihr am Anfang gehört. Also da werden richtig bittere Sachen auf den Tisch gepackt. Ich fand die Sprache großartig tatsächlich. Also das, was ich in unserer Folge zu Chick die ganze Zeit durchgängig zu bemeckern hatte, dass diese Sprache total künstlich ist und aufgesetzt, was ja auch meine Ex-SchülerInnen in Folge 45 meinten. Das ist hier nicht so. Das ist so richtig authentisch. Und ich hatte die ganze Zeit ehemalige und aktuelle SchülerInnen vor Augen. Also das ist wirklich richtig authentische Sprache. Das bildet die Realität sehr stimmig ab. Und das ist Literatur. Das ist Kunst. Fand ich cool. Ja, ist was für mich auch, wenn natürlich auch mein innerer Studienrat sich ein bisschen gekrümmt hat am Anfang. Also wir vier finden es gut. Ja. Ob das dann was in Schulen zu suchen hat, da quatschen wir am Ende drüber. Sonne und Beton. Wir beginnen mal wieder in Berlin. Diesmal in der Gropiusstadt. Das ist ein Stadtteil von Neukölln. Und das ist ein sogenannter sozialer Brennpunkt. Das merken wir gleich direkt, als wir unseren Ich-Erzähler kennenlernen. Das ist der Lukas. In der neunten Klasse ist der. Schon zum zweiten Mal übrigens. Vielleicht hatte ich auch deshalb die ganze Zeit meine SchülerInnen vor Augen, weil ich ja zurzeit KlassenlehrerInnen Jahrgang 10 bin und die halt genau so alt sind. Dieser Lukas hat Ärger mit dem Security-Typen seiner Schule. Der lässt den gar nicht erst auf den Schulhof, weil er seinen Schülerausweis nicht dabei hat. Den muss man nämlich vorzeigen, wenn man in die Schule will, weil da wohl viel zu viel gedealt wird, Dauernschlägereien sind, mit Waffen gehandelt wird und hast du nicht gesehen. Und Lukas kommt jetzt nicht in die Schule, weil er seinen Ausweis nicht hat. Mir kam das sehr bekannt vor, nicht aus meiner eigenen Schulzeit oder ähnlichem, aber meine Mutter war an der Schule im sozialen Brennpunkt und da war es zum Beispiel auch so, dass die Lehrer mit Walkie-Talkies in den Brausen an einem Schulzaun langlaufen mussten, damit nicht irgendwelche Bandenkriege auf dem Schulhof ausgetragen werden. Und von daher war das eine Sache, wo ich dachte, ja gut, das kenne ich. Also obwohl ich sonst echt viel Glück habe mit meiner Schulwahl und ich ja gerade auch sehr ländlich hier unterwegs bin, aber von den Erzählungen von meiner Mutter kenne ich solche Storys, dass man keine Messer mithaben darf, dass man dadurch sucht wird, dass man irgendwie in der Pause versucht, dass da keiner rüber macht und irgendwie Leute absticht und ähnliches. Also das kam mir sehr bekannt vor. Ja, ich kenne das auch. Ich meine, ich komme ja aus dem Duisburger Norden, ne? Ja, wir sehen auf jeden Fall direkt, was an der Schule los ist. Lukas ist jetzt aggro, weil der Typ ihn nicht in die Schule lässt, ist wohl aber auch gar nicht so tragisch, also die ersten beiden Stunden sind eh schon vorbei und Lukas geht wohl auch eher so unregelmäßig in den Unterricht, sagen wir mal so. Der zieht also ab und schreibt seine Kumpels an, ob die nicht irgendwo abhängen wollen und einen kiffen. Was man so macht als Neunklässler. Ja, absolut. Und man bekommt sofort einen ziemlich guten Eindruck, in welcher Welt dieser Junge so lebt. Also man kann sich super bildlich vorstellen, der zieht jetzt los, Hudi Kapuze über dem Kopf, der dreht Bushido und Flair auf und zieht da irgendwie zwischen den Wohnblocks her, sieht die ganzen Eikis und Trophys und will sich jetzt mit seinen Kumpeln da irgendwie in die Balachei setzen und abhängen einfach nur. Also für 16, ich habe zuerst gedacht, die wären deutlich jünger, da hätte es mich jetzt mehr geschockt, aber mit 16, denke ich, ist das früher echt Lebensrealität gewesen. Also wenn ich mir so meine Mitschüler angucke damals, wir haben alle angefangen Party zu machen auf jeden Fall und die Jungs haben alle schon gekifft. Das ist eigentlich genau die Phase, ehrlich gesagt. Hinweis an meine SchülerInnen. Nein, ihr kriegt alle eins um die Ohren. Nein. Also ich habe ja zwei Söhne in dem Alter und die machen sowas nicht. Natürlich nicht. So meine Schüler auch nicht. Ich meine, ich habe das natürlich auch auf gar keinen Fall gemacht. Genau, ich auch niemals. Ja, besagte Freunde des Lukas sind einerseits Gino und andererseits Julius. Gino ist sein bester Kumpel, der kommt aus einem komplett kaputten Elternhaus, also der hat auch immer so einen gehetzten, verstörten Blick. Der Vater ist Hardcore-Alkoholiker und schlägt den regelmäßig zusammen. Und Julius, das ist genauso ein Exot wie Lukas, die beiden haben nämlich keinen Migrationshintergrund. Völlig unüblich. Und Julius hält sich eh für den krassesten Typen auf der ganzen Welt, also läuft immer breitschultrig wie sonst was rum, spuckt große Töne ohne Ende, hat eine Impulskontrolle von wirklich überhaupt nicht vorhanden. Und die drei Experten, ja, ist es wirklich so. Und die drei Experten, die ziehen jetzt durch ihre Hood zum Park, die wollen sich nämlich Gras besorgen. Wenn man schon mal schwänzt, dann muss man es auch ausnutzen. Und ungefähr drei Sekunden, nachdem die diesen Scheiß-Park betreten haben, handeln sich die Jungs auch schon Ärger ein. Ja, wobei man sagen muss, Julius ist ja das Problem. Also Lukas sagt noch, der ist auch ein furchtbarer Typ einfach. Also und Lukas sagt noch, ey, nee, Julius, lass doch bitte nicht hier langlaufen, lass da langlaufen, hier kriegen wir auf jeden Fall Stress. Die wollen nämlich bei Cem Gras kaufen, das ist ein türkischer Diener, den sie schon länger kennen und das ist wohl auch ein netter Typ, aber jetzt laufen sie ja von der falschen Seite in den Park rein und das ist das Revier der Araber. Und selbstverständlich treffen die sofort auf so eine Gangster-Klicke, fünf Leute, die sie dämlich von der Seite anquatschen und während Lukas und Gino das einzig vernünftige tun und sich komplett taub stellen und schnell und unauffällig weiterlaufen und so tun, als würden sie gar nicht existieren, bleibt Julius, der Trottel, natürlich stehen und quatscht erstmal mit denen. Naja, quatschen ist auch übertrieben, eigentlich macht er die blöd an. Also ich weiß, Felix Lobrecht hat das auch in irgendeinem Interview auch gesagt, es gibt einfach so einen ganz schmalen Grat, du darfst nicht auf den Boden gucken, weil sonst bist du direkt ein Opfer, du darfst dir natürlich nicht anstieren, weil sonst kriegst du auf jeden Fall auf die Fresse. Sondern es ist so kurz hingucken, weiter, aber auf gar keinen Fall den Mund aufmachen. Und Julius macht halt beides, guckt nicht nur hin, sondern bleibt auch noch stehen, macht auch noch den Mund auf und Lukas hat von Anfang an gesagt, A, wir sollten hier gar nicht erst reingehen, wir lassen uns lieber drum rumlaufen und von hinten in den Park und B, bitte sag nichts. Also er weiß schon, dass Julius so ein Typ ist, der auf jeden Fall too aggro ist und auf jeden Fall das Maul aufmacht und da tut er mir auch wirklich leid, weil also der macht eigentlich alles richtig, aber du hast echt wie so eine Handgranate dabei, die ständig losgeht und super ätzend wieder reinzukriegen ist. Ja, und das ist halt, also dieses toxische Männlichkeitsgame, das es in den ersten drei Kapiteln so hart, also mit diesen ganzen Spielregeln, wen darfst du jetzt angucken, wen nicht, was ist jetzt respektlos und was musst du und wie musst du dich unterordnen. Boah, aber das spürt man so körperlich, das ist alles die ganze Zeit so angespannt einfach. Ja, jetzt steht da Julius mit seinen neuen Araber-Kumpels und die liefern sich da irgendwie ein Wortgefecht. Die Stimmung ist eh schon total angespannt und Lukas versucht das irgendwie noch zu retten und den da elegant irgendwie am Ärmel wegzuziehen, aber da eskaliert es natürlich komplett. Hier, voila, was ist los mit dir? Bist du respektlos? Und während Lukas sich da irgendwas zusammenstammelt und versucht noch dem irgendwie dominant in die Augen zu gucken oder nicht, da knallt ihm auch schon die erste Faust ins Gesicht und diese fünf Leute schlagen Lukas mal so richtig ordentlich zusammen, wird auch in allen Farben des Regenbungs beschrieben. Die treten noch auf ihn ein, als er am Boden liegt und blutet und sonst was und es ist echt abartig. Das ist mein Einstieg in ein Buch, kannst du laut sagen. Und da hat es mich aber auch schon gepackt. Auf der einen Seite hast du gedacht, wusstest du direkt, wo du dich jetzt hier gerade befindest, wie da die Stimmung einfach ist, wie explosiv die Stimmung auch gerade in diesem Stadtteil zu dieser Zeit ja auch einfach tatsächlich war. Also Rüttlich-Schule kam damals auf, groß in den Medien, da kocht es einfach richtig zwischen den Blocks da. Du lernst Lukas gut kennen, der irgendwie versucht als Deutscher da sich zu integrieren quasi. Als Lauch. Ja, als Deutscher Lauch. Ja, das ist ein Lieber. Genau, eigentlich ist der ein ganz Lieber und du merkst, dass die eigentlich super dick miteinander befreundet sind und sich da gegenseitig über Wasser halten, aber du hast halt auch Julius dabei, der halt super nervig ist und dann bist du halt auch direkt drin in dieser Stimmung. Und wenn du jetzt gerade zum ungefähr 25. Mal das Wort Hurensohn gelesen hast, dann kann dich auch nicht mehr allzu viel schocken, finde ich. Also dann weißt du auch direkt, so wird jetzt die Sprache hier weiterlaufen. Das fand ich ganz angenehm, muss ich sagen. Da war ich dann auch nicht mehr überrascht. Ja. Übrigens auch N-Wort und Z-Wort kommen auch häufig vor. Und was ich interessant fand, beim Hörbuch ist es manchmal ausgebebt und manchmal nicht. Ist mir aufgefallen. Ja, richtig. Und was da auch aufgefallen ist, da habe ich mich gewundert, weil ich erinnere mich, dass man zu der Zeit sehr viel als schwul bezeichnet hat. Boah, das ist ja voll schwul und sei nicht so schwul. Und das kommt nicht einmal vor im ganzen Buch. Stimmt, stimmt. Und das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich ihn darauf ansprechen würde und ihn fragen würde, was ist da los? Weil ich bin mir relativ sicher, dass das früher zum Slang gehörte und das hat mich gewundert. Ja, verrückt. Stimmt. Ja, für unsere Diskussion am Ende natürlich spannend, weil, also, wenn ich mich mal so ans Reff zurückerinnere, an einem lieben kleinen Gymnasium in der Pampa, da hat eine Kollegin mit ihrer achten Klasse Chick gelesen und hat sich da die größte Klischee-Debatte mit den Oberstudienräten jenseits der 50 eingehandelt. Wie kann man denn sowas mit Schülern lesen? Ich lese mit meinem Wilhelm Tell. Also wirklich, wie aus einem Klischee-Wörterbuch. Ja. Wow. Und wäre da jemand, glaube ich, mit Sonne und Beton angekommen? Fackeln und Mistgabeln. Lukas ist jedenfalls völlig im Arsch. Beide Augen blau, blutige Nase, total verschmiert. Und der ist auch total frustriert, weil der einfach gegen solche Aktionen überhaupt nichts tun kann. Der kann sich überhaupt nicht wehren und auch seine beiden Kumpels sind, ja, so halbe Hemden wie er, so, ne, und dementsprechend haben die auch nicht eingegriffen, weil das glatter Selbstmord gewesen wäre. Und auch die ganzen Leute in dem Park haben weggeguckt und der fühlt sich einfach komplett machtlos und fertig und ist einfach gefrustet ohne Ende. Die drei wollen dann ihren Plan trotzdem durchziehen, sich wenigstens noch was zu kiffen zu kaufen am anderen Ende des Parks. Da finden sie dann auch besagten Cem und seine Clique. Das fand ich auch so cool beschrieben. Also Cem ist echt eine cool geschriebene Figur. Der einzige Ausländer, der Berliner hat, stand da. Ja, das fand ich auch so schön. Wobei eben schon bei Sprache waren. Also der spricht echt so eine ganz wilde Mischung aus Icke und Berlinern und keine Ahnung was und türkischen Wörtern und Jugendsprache und so. Also das gibt ihm echt so viel Farbe direkt und der ist irgendwie mega. Ich fand es schön, als er dann, er guckt ja dann Lukas an und sagt, tschüss, was ist denn mit dir passiert? Oha! Und dann habe ich ja gedacht, das ist doch genau das, was du jetzt gerade auch überall hörst. Also das ist ja überhaupt kein Unterschied, wo du einfach denkst, ja, die sprechen heute nichts Verrücktes Neues. Das ist einfach mal gar nicht so. Das spielt hier in den 90ern, 2000ern und da haben die schon exakt diese Jugendsprache benutzt, auf die sie sich heute einbilden. Sie hätten sie selbst erfunden. Ist einfach nicht so. Die Kinder heutzutage, wir damals. Cem jedenfalls verkauft den dreien was und als der sieht, wie Lukas aussieht, dann will er natürlich wissen, was da überhaupt los ist. Und Julius reißt das wieder raus natürlich. Der erzählt erstmal groß und breit, dass die bösen Araber am anderen Ende des Parks ihn zusammengeschlagen haben. Und außerdem erzählt er auch noch, Cem, die haben dich übrigens auch noch Hurensohn genannt. Soll ich mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen? Soll ich mal gerade einen kleinen Klankrieg anfangen? Und Cem ist natürlich sofort auf 180 und trommelt direkt seine Kumpels und Brüder und gefühlt halb Neukölln zusammen. Und er erkennt, es wird ja noch besser, er erkennt auch Lukas. Lukas' großer Bruder Marco, der in dem Stadtteil wohl legendär ist, das ist nämlich der beste Kumpel von Jems großen Brüdern. Sprich, Lukas gehört ja quasi zur Familie und Familie darf man nicht zusammenschlagen. Dementsprechend prügelt sich gleich der ganze Stadtteil. Herzlichen Glückwunsch Julius. Ja, das ist echt so ein Lauch. Cem tippt also schon fleißig auf dem Handy rum, um halb Neukölln für eine Racheschlägerei zusammen zu trommeln gegen die Araber-Klicke da hinten. Und er drückt Lukas, das ist auch so großartig, einen fetten Schlagstock in die Hand, damit der vorangehen kann. Und dann irgendwie da den großen Mann zu markieren. Und wir sind auf Seite 20 und ich saß da und habe mich gefragt, Alter, wie zur Hölle kann man so schnell, so tief in die Scheiße schlittern? Also ich habe so mitgelitten mit diesem armen Jungen, der macht ja eigentlich nichts, aber der ist da schon in die größte Scheiße der Welt reingeraten. Meine Güte. Aber ich finde es wirklich, also wirklich super. Ich fand es schlimm, irgendwo hat jemand mal geschrieben, dass es total wichtig ist, dieses Buch zu lesen, wenn man von diesem Milieu im Prinzip keine Ahnung hat. Da habe ich gedacht, weiß ich jetzt nicht, aber man kriegt es wenigstens hier direkt wirklich vor die Stirn gehauen. Wie schnell du dir das da, und der hat ja nichts gemacht, das ist ja genau dieses Ding. Ich habe doch nichts gemacht, habe aber gerade die größte Prügelei des Jahrtausends an den Hacken, weil irgendein anderer Idiot sein Maul nicht halten konnte. Und dass du auch ständig in so einer Halb-Acht-Stellung bist, dass du auch immer Angst hast, gleich in die nächste Prügelei reinzukommen oder mit reingezogen zu werden. Und diese innere Anspannung, nicht nur aus diesem Männlichkeitsding und ich muss möglichst cool und möglichst chillig hier durch die Straße laufen und ja, Schule schwänzen ist irgendwie auch geil und cool und so, sondern dass du auf verschiedenen Arten ständig angespannt bist in diesem Armutsviertel ja im Prinzip. Also das kommt ja dann auch noch obendrauf. Du hast keine Kohle, Drogen, Alkohol, Schlägereien, Migranten, aufgeteilte Stadtbezirke in sich nochmal, wo steht wer an welcher Ecke und das bringt dich schon sehr in diese Stimmung rein, wie anstrengend der Alltag da einfach gewesen sein muss. Ja, und das spürt man beim Lesen echt körperlich. Und selbstverständlich sagt so ein halbes Hemd namens Lukas nicht nein, wenn Cem da mit dem Totschläger vor ihm steht und sagt und dann machst du das und dann machst du das. Die Fronten sammeln sich, die türkische Riesenklicke und die Araber Riesenklicke, also es ist wirklich als würde da so eine Schlacht aufziehen, die versammeln sich da an beiden Seiten, um gleich Gondor zu erobern, keine Ahnung, und stehen sich riesig gegenüber, Lukas mitten in der Mitte und weil das so wunderschön ist, hören wir uns das jetzt an. Ich schaue den Schotterweg entlang bis zur Kuppe des kleinen Hügels. Dahinter müssten die Arabs sitzen. Ich kann nicht stillstehen und laufe auf der Stelle hin und her, Engin und Volkern kommen wieder. Zum Mann, sagt Cem. Die beiden nicken. Wir laufen weiter, diesmal gehe ich vor. Einfach hin, nicht reden, zack, zack und dann kümmern die anderen sich darum. Kein großes Ding, einfach bam, drauf. An der Bank von eben stehen jetzt mindestens zehn Leute. Sie albern herum, gucken sich irgendwas auf einem Handy an und lachen laut. Wahrscheinlich das Video, das sie eben von mir gemacht haben. Diese Opfer. Einer von ihnen sieht uns kommen, steckt sich den kleinen Finger in den Mund und pfeift so laut, dass sich Anwohner aus den Blocks lehnen, um zu sehen, was los ist. Alle Jungs bei der Bank starren uns an, laufen langsam auf uns zu. Geht los jetzt, sagt Cem. Hinter den Arabern kommen zwei Typen angelaufen. Jems Brüder. Ich höre meine eigenen Schritte auf den Boden stampfen, halte den Totenschläger fest. Einfach zuschlagen. Einfach zuschlagen jetzt. Dieser Jamel tritt aus der Menge und guckt mich an. Lark, was ist mit dir, du Hurensohn? Glaubst du, mit Toti habe ich Angst vor dir? brüllt er. Ich bleibe stehen, ohne dass ich es will. Ich kann meine Beine plötzlich nicht mehr bewegen. Was passiert hier gerade? Was mache ich hier überhaupt? Ich gucke Julius und Gino mit offenem Mund an und schüttle den Kopf. Mir gleitet der Totenschläger aus der Hand. Ich stehe einfach da. Cem bleibt neben mir stehen und starrt die Araber mit aufgerissenen Augen an, ohne zu blinzeln. Mit seinen eishellen Augen und den kleinen Pupillen unter den dicken, schwarzen Augenbrauen sieht er völlig irre und unberechenbar aus. Was ist los, Cem? Neue Freunde oder was? Deutsche, ja? Sagt Jamel. Cem geht auf ihn zu und knallt ihm, ohne ein Wort zu sagen, den linken Ellenbogen in die Fresse. Dieses kurze, zeckendumpfe Klatschen heilt durch den Park. Jamals Schläfe platzt sofort auf. Sein ganzes Gesicht ist voller Blut. Was nennst du mich, Hurensohn? Ich töte dich! brüllt Cem. Plötzlich stürmen die ganzen Leute von Jamel auf ihn los. Engin schnappt sich den Totenschläger, der vor mir im verdorrten Gras liegt, und schlägt blind drauf los. Jams Brüder sind jetzt da und zerren die Arabs von ihm weg, schubsen sie auf den Boden und treten auf sie ein. Alle schreien herum, es knallt und klatscht überall. Ich schüttle mich. Gino packt mich an der Schulter und guckt mich mit panischem Blick an. Ich hau ab, Lukas, sagt er, und rennt los. Was soll ich machen? Jamel liegt keuchend auf dem Boden, aber Cem tritt weiter auf ihn ein und schreit herum. Wenn er so weitermacht, tritt er ihn tot. Ich springe einen Meter nach hinten und drehe mich um. Ich kann das nicht sehen. Ich muss hier weg. Wo ist Julius? Ein Arab rennt von hinten auf Cem zu und tritt ihm ins Kreuz. Der fällt halb auf mich drauf, sieht mich mit diesem irren Blick an, holt seinen Schlagring aus der Hosentasche und rennt zurück in das Getümmel. Wo ist Julius, Mann? Ich seh ihn nicht. Egal. Scheiß drauf. Ich hau ab. Mit zusammengekniffenen Augen sprint ich, so schnell ich kann. Hauptsache weg. Vorbei an den Erwachsenen, an dem Pfandsammler, an dem Hochhaus, wo wir Cem getroffen haben. Einfach weg. Oh je. Das ist deine Reaktion. Oh je. Okay. Also nur oh je. Oha, wäre wohl der richtige Ausdruck hier. Boah, der Arme einfach. Der ist ja völlig alle. Als Berliner würde ich sagen, Kopf einziehen und wegrennen. Das ist echt, wenn du nur dran vorbeiläufst. Ja, er kommt da ja nicht raus. Er hat ja die Cem-Klicke im Rücken, die ihn gerne ... Ich meine, das ist so als Situation, ich als Berliner, wenn ich das erleben würde, also ich kann dann auch nachvollziehen, dass da niemand eingreift. Weil wenn man aus Berlin kommt und man hat nur eine Situation, die halb so schlimm ist, wo sich nur Leute anschreien im Endeffekt, dann bist du halt hier in Berlin schon so von wegen, ey, geh mal. Gerade bloß nicht dazwischen. Du weißt nicht, wo das gleich endet. Und dann sieht man, das geht halt richtig rund. Und das ist ja auch total extrem, auch wie das beschrieben wird. Also da fliegt ja nur Blut und Schleim und irgendwas. Also meine Güte. Ja, aber dann macht Lukas halt auch das erste Intelligente, was er in diesem Buch überhaupt tut, der rennt weg. Sorry, das ist auch das erste Gescheite, was er in dem Buch wirklich tut. Und dieser 16-jährige Lauch, der schleicht sich da aus dieser Massenschlägerei raus und rennt und rennt und rennt. Und ja, und das ist auch genau das Richtige. Der sitzt dann mit dem Gesicht voller getrocknetem Blut und staubig und dreckig und völlig außer Atem in der Straßenbahn und kommt überhaupt nicht mehr auf sein Leben klar. Großartigerweise dreht diese Bahnlinie erstmal eine komplette Runde um diesen Dealerpark, aus dem er gerade kommt. Und als die Tür aufgeht, da hört er schon wieder die Stimmen der Araber, die sich irgendwas zuschreien. Und Lukas stirbt tausend Tote und man stirbt beim Lesen auch tausend Tote. Das ist so schlimm, ne? Das ist so schlimm, ja. Der versinkt da in diesem Sitz und hat Angst, dass er jetzt halt alleine ist und dass die ihn da gleich in der Bahn zusammenschlagen, diese Liederklicke. Geh zu, geh zu, geh zu, komm, mach, geh zu. Und es ist mega geschrieben, also diese Straßenbahn, die steht da ewig in dem Hof und man fragt sich schon, warum die Araber nicht einfach reinkommen. Einer von denen wurde offenbar bewusstlos geschlagen und wird da gerade die Treppe runtergetragen. Also da geht es richtig zur Sache einfach. Und irgendwann kommt dann das erlösende Gefühl so und die Tür schließt sich tatsächlich, bevor die reinkommen. Und die Bahn fährt ab und Lukas sieht noch aus dem Fenster, dass dieser Jamel, der ihn am Anfang zusammengeschlagen hat, dass der eine richtig fette, blutige Platzwunde am Kopf hat und dass der derjenige ist, der getragen wird. Also meine Güte, da ging es vorsichtig ab. Boah, du kannst es so mitfühlen, wenn diese verdammte Straßenbahn nicht einfach endlich losfährt, weil du willst, dass da nicht noch jemand reinkommt. Im Film kommt einer von denen noch da rein. Und er wischt Lukas auch. Und droht ihm halt irgendwie noch was an und der muss ihm Kohle geben und also viel Geld in Aussicht. Also da ist es tatsächlich nicht so. Und das fand ich schade, weil das hat es irgendwie kaputt gemacht. Irgendwie hat man so mitgehofft, in diesem Buch zumindest. Und ich fand es super, dass er auch dann irgendwie zum Schluss sagt, okay, wenigstens hatte ich jetzt einmal Glück. Der ganze Tag, da war schon bisher alles kaputt. Ich bin nicht in die Schule reingekommen, diese Schlägerei, irgendwie nichts zu kiffen. Das war alles nicht so der Plan, aber jetzt hatte ich wenigstens einmal Glück. Der, okay. Den Film habe ich gar nicht gesehen, aber da atmet man echt entspannt auf. Lukas will jetzt erstmal das Haus nicht mehr verlassen. Also entweder stechen ihn diese Araber ab oder Cem und seine Kumpels, weil er abgehauen ist. So ist so seine Vorstellung. Der schreckt richtig zusammen, als Gino nochmal klingelt und vor der Tür steht. Also der ist da auch irgendwie rausgekommen. Das erste Kapitel ist schon voll der Abfuck einfach. Wow. Und man merkt, in welcher Zeit man ist. Bei einem Satz, den kennt ihr bestimmt auch noch alle. Ich kenne ihn zumindest auch noch. Ich drücke Sternchen 100, raute und checke mein Guthaben. Das gute Motorola-Handy. Ja, wo man noch Guthaben auf dem Handy hatte und immer wieder gucken musste, ob es noch reicht. Und das passiert sehr häufig hier in dem Buch, dass die halt kein Guthaben haben. Genau, wollte gerade sagen, die Zeit, als man kein Guthaben auf dem Handy hatte und dann nicht mal in WhatsApp schreiben konnte oder so, weil es das Internet noch gar nicht gab. Okay, ich kenne das tatsächlich nicht mehr. Ich bin viel zu alt. Ich habe mein erstes Handy mit 30 bekommen und das war ja schon 2003. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe mich lange gewehrt gegen Handys. Vorher Wählscheibe. Und ich habe noch SMSen abgeschrieben, weil man nur 10 speichern konnte, sage ich euch. Oh. So krass war ich nicht. Das war so ein Mädchending, glaube ich. Okay, ich habe nicht so viele SMSen gekriegt. Kannst du mir genau vorstellen. Kapitel 2 beginnt im weitesten Sinne mit Unterricht auf dieser Schule, die schon Security braucht und man hat ein bisschen mitgelitten und ein bisschen nicht. Um genau zu sein, beginnt es mit dem verzweifelten und wirklich erbarmungslos unprofessionellen Gelaber des Vertretungslehrers, den diese Gangsterklasse dann nach allen Regeln der Kunst wirklich gehackt legt. Also wirklich. Völlig verlorenes Land an dieser Schule ist jede Stunde, nach der der Klassenraum überhaupt noch steht, ein voller Erfolg. Und der Kollege, der stellt sich auch so unfassbar dämlich und peinlich an. Oh, so schlimm. Meine Güte. Oh ja. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, es geschieht dir zu Recht. Also ich hatte wirklich gar kein Mitleid, wie sich jemand so unprofessionell verhalten kann in so einer Situation. Ich hatte gar kein Mitleid. Leere Drohung, inkonsequentes Geblubber, 20 Rückzieher, überhaupt nicht in der Rolle. Ich würde nicht sagen, dass ich mit so einer Klasse irgendwie klarkomme. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber es gibt auch noch einen Unterschied zwischen verloren und komplett verloren. Ja, ja, genau. Lukas macht sich während des ganzen Spektakels eher Sorgen, was mit Gino und mit Julius ist. Die beiden haben nämlich ihre Handys aus und melden sich nicht mehr seit der Schneegerei. Irgendwann kommt da noch der Rektor rein, um einen neuen Schüler vorzustellen. Dann endet tatsächlich auch mal der Wahnsinn für zwei Minuten. Ganz toll. Der Neue heißt Sanchez und der hat auch Migrationshintergrund. Der kommt nämlich aus Berlin-Hellersdorf. Das auch, ja. Ja, und außerdem ist er schwarz, was die Klasse seltsam findet. Da in Berlin-Hellersdorf ja nur Nazis leben. Kannst du das bestätigen, Paul? Ja, natürlich. Ich komme ja von da. Nur Nazis. Willst du uns was sagen? Okay, da wohnen auch ein paar Leute mit einem russischen Hintergrund oder mit einem vietnamesischen Hintergrund. Und ja, auch da ist teilweise eine bunte Mischung. Okay, okay, okay. Inside-Infos. Ich weiß immer noch nicht, zu welcher Gruppe du dich jetzt zählst. Ich bin die Kartoffel himself. Auf dem Heimweg trifft Lukas tatsächlich auf Cem und der bekommt erstmal einen kompletten Herzinfarkt, weil er ja abgehauen ist von der Stegerei. Aber Cem ist völlig entspannt. Der hat gute Laune. Der bietet Lukas erstmal eine Kippe an, plaudert mit dem eine Runde. Und der freut sich auch, dass er da heil rausgekommen ist. Also der hat überhaupt kein Interesse, ihn irgendwie anzustänkern oder sowas, was Lukas sehr beruhigt. Übrigens Rauchen, auch so ein Thema in diesem Buch. Das ist, glaube ich, das erste Buch, das wir lesen, wo noch mehr geraucht wird als ein Homo Faber in den 70ern. Stimmt. Sie sind ja nur am Quarzen die ganze Zeit. Cem erzählt auch, was er überhaupt vor der Schule will. Der hat wohl ein Auge auf eine gewisse Denise geworfen und versucht, die irgendwo zu finden. Das erwähne ich nur, weil es später noch viel zu relevant wird. Oh ja. Und bevor Lukas' Bus da ist, passiert noch was ganz Tolles. Ihn hupt ein Auto an, weil sein Vater ihn von Weitem gesehen hat und er sammelt ihn dann ein. Und da merkt man mal, dass er auch ein ganz, ganz, ganz tolles Verhältnis zu seinem Papi hat. Papi sieht jetzt nämlich das erste Mal seit gestern, dass Lukas vom Vortag eine völlig demolierte Visage hat. Und anstatt mal irgendwie so schockiert zu sein, mal nicht nachzufragen, einfühlt zu sein, irgendwie sowas, scheißt der Lukas erstmal direkt im Auto zusammen. Immer handelst du dir Ärger ein, das war bei deinem Bruder Barco auch schon so und jetzt fängst du auch noch so an unmöglich und blablabla. Da merkt man wieder diese Machtlosigkeit von diesem Lukas. Also dass er da einerseits als wandelnde Zielscheibe für sämtliche Kleinkriminellen in Neukölln rumläuft. Und auf der anderen Seite ist seine Schule eine Katastrophe, sein Vater hört ihm nicht zu, meine Güte. Und er steckt sich dann einfach nur noch die Kopfhörer in die Ohren und dreht die Musik auf. Hätte ich auch getan, glaube ich. Was komplett verständlich ist, wenn man dann sieht, wie weltfremd der Vater das Ganze eigentlich sieht. So von wegen, ja, mach da einfach nicht mit, geh einfach weg. Und Lukas hat ja gar keine Wahl. Selbst wenn er sich wegdreht, wird er angepöbelt und wenn dann doch jemand sagt, komm, da gehe ich jetzt mit dir hin, dann hat er auch keine Wahl, weil er wird halt mitgeschleppt und gesagt, nee, du prügelst dich jetzt mit uns zusammen mit denen. Das ist halt. Der Vater ist halt schon so einer, der einfach nicht glauben kann, dass das die Welt ist, in der seine Söhne aufwachsen. Also offensichtlich haben sie ja mit Lukas' großem Bruder schon so einiges hinter sich. Scheint einen Grund zu geben, weshalb der auch nicht mehr zu Hause wohnt und überhaupt. Und der wird ja auch da dann immer so angesprochen. Aber trotzdem ignoriert der Vater einfach die Lebensrealität seines Sohnes. Und selbst wenn du das als lebendes Beispiel vor dir hast, dass du dann immer noch so tust, als wäre er es jetzt schuld. Dabei ist das einfach nur seine Lebensrealität. Und der Vater ist ja der, der blind irgendwie einfach auf diesen Augen ist. Und dann hast du dir auch nicht mehr viel zu sagen. Ganz ehrlich. Ja, der Vater ist ja auch in dem Stadtteil aufgewachsen und er hatte solche Probleme nicht. Ja, genau. Ja, genau. Ja, den Nachmittag verbringt Lukas mit dem neuen Schüler, Sanchez. Der ist nämlich im Plattenbau direkt nebenan eingezogen quasi. Und er sucht jetzt Anschluss. Und außerdem braucht er Papers, weil der junge Mann auch kifft und auch in Hellersdorf wohl ordentlich gedealt hat. Ach, Kiffen verbindet einfach, ne? Ja. Am Nachmittag schreibt dann auch endlich mal Julius. Ihm und Gino sei nichts passiert, was Lukas dann doch sehr beruhigt. Und Sanchez und Lukas freunden sich an. Das wird dann so ein Vierer-Grüppchen, mehr oder weniger, im Laufe des Buches. Besagtes Grüppchen, Lukas, Gino und Sanchez, die sind ein paar Wochen später unterwegs, wieder mal draußen abhängen. Und Julius schreibt die an, ob die nicht am Abend zusammen auf eine Party wollen. So richtig Lust haben Lukas und Gino darauf nicht. Aber Sanchez hat so richtig Bock und er nimmt die beiden erstmal mit zum nächsten Aldi und klaut Unmengen von Schnaps. Wow. Das ist so sein Special-Talent. Der ront den Heimladen auf. Meine Güte. Ich bin da ja wirklich beeindruckt, ne? Ich weiß, dass es früher auch irgendwie Leute aus der Klasse gab, die bei uns hieß das Horten. Im Horten war unten ein Supermarkt. Und die haben da Zeug geklaut. Also ich war immer viel zu sehr Schisser erstmal dafür. Das hätte ich einfach nicht über mich gebracht. Aber ich finde, das ist schon ein beeindruckendes Talent. Und vor allen Dingen, weil die ja jetzt nicht gerade so die Unschuldshasen sind. Das ist ja jetzt nicht so, als würdest du dir schon direkt denken, boah, die klauen dir bestimmt den halben Laden weg. Das denkst du direkt, wenn du diese Kombo da siehst. Und trotzdem kriegt er das hin. Und man sieht aber, Lukas ist auch ein bisschen beeindruckt. Das fand ich ganz schön. Und auch die anderen sind halt echt so, krass, du hast es echt drauf. Die Identifikationsfigur, ja. Ja. Die Alk-Auswahl hat tatsächlich Jugenderinnerungen bei mir getriggert. Einerseits klaut er Apfelkorn. Das war so ein Ding in den Nullerjahren, oder? Das war so ein Ding. Und auf der anderen Seite klaut er Blutorangen-Wodka. Jawohl. Das ist echt so eine unfassbare Rotze. Die überlebt man nur so um die 20 rum, oder? Boah. Hab ich, glaube ich, noch nie getrunken. Ist auch ekel, aber nicht gut. Brauchst auch nicht, Julia. Nee. Ich hab noch nie beim Lesen Sodbrennen gekriegt, aber das ist das erste Mal. Ich erst, als die Feiglinge dazukamen. Oh ja. Ah ja, Feiglinge kenne ich auch noch. Ja, jedenfalls sind sie jetzt ausgestattet. Lukas schaut noch mal zu Hause vorbei, bevor es dann zum Feiern geht. Und da ist große Überraschung. Sein Vater hat ausnahmsweise mal gute Laune. Der hat nämlich einen neuen Job gefunden. Und zur Feier des Tages kommt sein legendärer Bruder Marco, den wir jetzt schon tausend Mal angeteasert bekommen haben. Und den wir jetzt auch mal kennenlernen. Marco ist der migrantisch geprägteste Deutsche, der überhaupt auf diesem Planeten rumläuft, glaube ich. Also der spricht eins zu eins wie Jem. Der ist in der Gropius-Stadt offenbar perfekt integriert. Also der läuft da mit Goldkettchen und Armbändchen rum und trägt teure Markenklamotten und pumpt. Und keine Ahnung, womit er sein Geld verdient, das wird im Buch nicht erwähnt. Aber wenn das keine krummen Dinger sind, dann weiß ich's nicht. Lukas hat zu seinem Bruder Marco so ein okayes Verhältnis. Der kommt in dieser sozialen Brennpunktwelt sehr viel besser zurecht als er. Und der droppt dann auch den obligatorischen Buchtitelsatz direkt. Im Sommer ist Neukölln nämlich nicht nur Beton, sondern Sonne und Beton. Ich mag Marco. Ja. Echt? Ja, irgendwie schon. Ja, ich auch. Weil der hat schon so einen, ich bin der große Bruderbeschützer-Typ. Also der kennt halt das ganze Viertel. Man kriegt auch nachher ja raus, Marco weiß immer, was abgeht, auch wenn er schon längst nicht mehr da wohnt. Das heißt, der hat auch echt sein Netzwerk stabil gehalten, auch wenn der da weggezogen ist. Und man weiß schon, Lukas sieht schon ein bisschen zu dem auf, weil der hat's einfach geschafft, dass der eben nicht der deutsche Lauch ist, der da rumläuft, sondern für den ist das da alles schon ein ganz natürliches Viertel. Und die anderen respektieren ihn auch. Also Marco beschützt ihn ja auch allein durch seinen Namen. Und das ist mein großer Bruder. Und Cem hat ja auch direkt so reagiert. Also was, Walla, bist du nicht der kleine Bruder von Marco? Geht gar nicht. Und dann ging's ja los auch. Ja, und Marco wäscht ihm jetzt auch erstmal ordentlich den Kopf, auch ohne, dass der Vater das mitkriegt. Also der weiß natürlich schon alles über seine Schlägerei mit Cem und den Arabern und sonst wem. Und der schärft ihm erstmal richtig ein, dass er sich aus so einer Scheiße raushält. Also Marco sagt auch, ja, ich hab ja damals nur so eine Scheiße gemacht, aber du bitte nicht. Und beim Quatschen, während die da unterwegs sind, kommen die auch tatsächlich an so einer riesigen Gruppe von Türken vorbei. Und die quatschen alle sofort diesen legendären Marco an. Da sind unter anderem Gems große Brüder bei und keine Ahnung. Und Marco kennt einfach jeden. Und da versammeln sich immer mehr Leute auf der Straße. Also Ali und Serkan und Samuel, der mit dem zu tun ist, hast du erstmal so ein halbes Beziehungsgeflecht in dem Kapitel. Und die versammeln sich alle um den und feiern den und schwelgen mit dem in Erinnerungen. Also das ist irgendwie so der unantastbare, große, respektierte Typ in diesem Viertel. Und der stellt den Leuten natürlich Lukas als Teil der Familie vor. Und die Jungs sollen doch mal ein bisschen auf ihn aufpassen. Und da kam eine Szene, die fand ich ein bisschen befriedigend. Da kommt nämlich zufällig dieser Jamel, dieser Dealer aus dem ersten Kapitel vorbei. Und der sieht jetzt Lukas mit Marco und dieser riesigen Gang um sich rum. Und der rennt völlig panisch weg. Mega. Ja, und es ist halt auch so schön geschrieben, weil du kannst es dir sofort vorstellen. Also diese ganze Szene finde ich eh bei diesem Buch. Es ist total, es läuft wirklich, der Film läuft sofort ab. Es ist super. Ich mag die kurze Passage danach, nämlich wenn Marco ihm schon sagt, pass auf Junge, sobald jemand ein Messer dabei hat, lauf weg. Ansonsten, ja klar, musst du dich auch mal prügeln. Es wird Zeit, dass du irgendwie anfängst Sport zu machen und aus deinem Lauchwesen da mal rauskommst. Das ist schon wichtig. Das Lauchwesen. Und er versteht aber auch den Vater, weil der irgendwie sagt, der erzählt immer von Schlägerpeter und Gewaltjörg und wie die Lachen damals alle hießen. Ich habe mich kaputt gelacht an der Stelle. Und er meint, sagt er, schreibt er halt so, oder sagt, ja aber heute, alter, die Jungs heißen nicht mehr Schlägerpeter, sondern ich fick deine Mutter und stech dich kaputt, Abdul. Mit denen redest du halt nicht mehr. Und dann musst du halt manchmal auch weglaufen, wenn du merkst, die haben Messer dabei oder Sonstiges, dann guck, dass du dich verpisst. Also das sind so Street-Regeln, wo du denkst, alter. Aber ja, es passt halt. Und du kannst nicht immer weglaufen, weil sonst laufen sie dir halt auch einfach viel zu häufig hinterher. Aber es gibt Momente, da solltest du besser gucken, dass du wegkommst. Und zwar nicht erst, wenn die Bullen kommen. Und da macht sich Marco ja auch echt Sorgen. Ja, weil der weiß ja auch, was abgeht. Anders als der Vater. Oder Matthias. Wie Marco sagt. Matthias. Matthias kriegst Scherzinfarkt. Genau. Nach dem Abendessen treffen sich unsere vier Spezies, Lukas, Gino, Julius und Sanchez, zum Vorsaufen für ihre Party. Und es wird sehr authentisch beschrieben, wie sich Jugendliche um die 18 die schlimmsten Schnapsmitschen der Welt in den Kopf kippen. Wieso redest du da? Ja, sowas haben wir bestimmt nie gemacht, Paul. Nein. Ich kenne mich mit sowas gar nicht aus. Nee. Fangen wir auch nicht mehr an. Um elf ziehen die jedenfalls völlig besoffen los. Pöbeln auf dem Weg Erwachsene an, machen irgendwelche Mädels schäbig an, saufen immer weiter, quarzen eine nach der nächsten. Bei Lukas dreht sich schon alles. Also Party-Nacht hoch 1000, toxische Männlichkeit hoch 2000. Kurz bevor die vier dann tatsächlich bei der Party sind, die Julius angepriesen hat, fährt auch schon die Polizei mit Blaulicht an denen vorbei, um besagte Party aufzulösen. Die ist wohl schon vor zwölf, so hart eskaliert, dass da das SEK steht. Sanchez rennt tatsächlich trotzdem noch in den Laden rein, um noch mehr Schnaps zu klauen. Und die vier rennen einfach völlig besoffen durch die Nacht und haben dann so Gespräche, die schon irgendwie fernab von allem Guten sind. Sanchez, das finde ich noch wichtig zu erwähnen, sagt dabei immer wieder, dass die viermal dringend Geld verdienen müssen. Die müssen irgendwie zu Geld kommen, um nicht mehr die letzten Opfer zu sein. Und da muss es doch irgendwas geben, keine Ahnung, dealen oder sonst was. Die drei Neuköllner lachen ihn dabei total aus, zu welchem Clan gehörst du, dass du hier dealen kannst so ungefähr. Aber ja, Sanchez hat auf jeden Fall bei dem Rattert im Kopf. Der will irgendwie irgendwas finden, um aus dieser Opfersituation rauszukommen. Die unangenehmste Szene des kompletten Buches, fand ich, war die danach. Julius winkt ein Taxi ran. Lukas, Cino und Sanchez fragen ihn schon, was das überhaupt soll. Das ist doch viel zu teuer. Er sagt, er bezahlt das schon. Er macht das schon. Er macht das alles, wie Julius irgendwie immer alles macht. Als sie dann angekommen sind, steigen die drei schon aus, während er noch in seiner Tasche kramt. Er kramt allerdings nicht nach Geld, sondern nach Reizgas, womit er diesen Taxifahrer einsprüht und dann rausspringt. Also so richtig mies einfach. Ach so, so richtig Asi einfach. Boah, und da hatte ich auch echt Mitleid. Der Arme einfach, der war voll nett zu dir. Und das sagt Lukas aber auch. Der weiß auch, Taxifahrer sind auch nur Leute, die irgendwie versuchen zu überleben und da ihre Familie von ernähren müssen. Und der zieht den ab für so eine Scheiße. Also obwohl die echt hätten Bus fahren können. So what? Der Abend ist dann auch vorbei. Die gehen dann nicht mehr feiern. Julius macht noch irgendwas mit seinem Bruder. Gino ist müde und fährt ins Bett. Und Sanchez und Lukas, die stellen sich noch irgendwo auf so ein Parkhausdach und überblicken dann die Stadt, Sonne und Beton und gehen dann irgendwann abends total fertig nach Hause. Oder gehen dann irgendwann morgens total fertig nach Hause. Ja, ich mache mal weiter mit Part 2. Wir befinden uns wieder in der Schule. Eine weitere herrliche Stunde, Freistunde diesmal. Die Stühle fliegen durch den Klassenraum. Es ist alles wieder super. Zwischendurch kommt mal ein Lehrer rein, geht schnell wieder und kommt mit dem Schulleiter wieder. Der Schulleiter wollte aber eh noch was bekannt geben und sagte auch, ja, wir treffen uns gleich in der Aula. Benehmt euch bitte da. Die Presse ist da. Große Ankündigung. Und ja, in der Aula treffen sich dann auch alle. Und das ist so eine herrliche Szene. Es ist so wirklich richtig Slapstick pur. Ich hatte sehr viel Spaß bei mir. Und man hat wieder so viel Mitleid. Ja, das auch. Das auch. Ja, da ist nämlich der Herr Reuter vom Bildungssenat zu Gast. Und der stolpert erstmal Slapstick-mäßig auf die Bühne. Dann natürlich erstmal Chaos. Alle lachen sich kaputt. Und der Schulleiter Herr Schieh zählt. Der hat alle Mühe, da erstmal wieder Ruhe reinzukriegen. Und dann kommt halt die große Ankündigung. Er hat es geschafft. Die Schule bekommt 50 Computer vom Land Berlin gestiftet. Wow. Geile Sache. Genau. Richtig schön. Für die Zeit echt krass. Ja. Ja, aber da freuen sich die Lehrer und der Schulleiter auch ein bisschen mehr als die Schüler drüber. Hat man so das Gefühl. Ja. Ein bisschen, ja. Ja, die interessieren sich eigentlich eher dafür, dass dieser Herr Reuter sich da zum Vollhung macht. Und nicht nur auf die Bühne stolpert, sondern sich dann nachher auch noch mit Apfelschorle besudelt und so. Eine sehr schöne Szene eigentlich. Der ist eine komplette Wurst. Aber immerhin, wow, eine Ausstattung für zwei Computerräume. Wow. Wir wollen euch richtig auf die Zukunft vorbereiten, liebe Schüler. Digitalisierung. Oh. Was ist das? Am Puls der Zeit sind die. Genau. Also nach der Schule gehen Lukas und Sanchez zu Julius. Und Gino kommt dann auch später noch dazu. Der verzieht sich erstmal mit Julius kurz irgendwie in den Nebenraum, um was zu besprechen. Und Lukas denkt sich so, irgendwas geht da? Was ist da los? Hacken die was aus? Hm. Keine Ahnung. Und ja, Gino sieht auch überhaupt nicht gut aus. Er sieht aus, als hätte er ziemlich Prügel kassiert. Ja, Sanchez eröffnet den anderen dann erstmal, dass er einen Plan hat. Er hat jetzt die Idee, er hatte ja vorher schon gesagt, irgendwie brauchen wir Geld und so. Wir haben ja nichts. Sein Plan ist jetzt. Er möchte diese Computer, die die Schule jetzt bekommt, klauen und schön verdicken. Ja. Super Idee. Findet Julius natürlich auch erstmal super. Der ist sofort Feuer und Flamme. Wer hätte es gedacht. Geiler Plan. Ja, genau. Wer hätte es gedacht. Lukas nicht so sehr. Wir kennen ihn ja schon so ein bisschen. Der ist ja eigentlich der Vernünftige. Ja. Naja, aber Sanchez hat sogar schon einen Schlüsselbund. Also der hat direkt Nägel mit Köppen gemacht. Keine Ahnung, wo er jetzt diesen Schlüsselbund her hat. Aber er hat schon mal einen. Das klaut er eigentlich nicht. Ja. Respekt, Alter. Ja. Echt krass. Naja, Lukas ist da der große Mahner und sagt auch zu Gino, ey, wenn wir das machen, das fliegt auf. Ey, dein Vater prügelt dich zu Tode und Gino rastet daraufhin richtig aus, weil er sagt, ey, guck mich mal an. Guck mal, wie ich aussehe. Was will der denn noch machen? Also da kann ich wenigstens irgendwie Geld dran schaffen und so. Der schlägt mich eh. Was soll noch passieren? Und dann willigt Lukas dann doch ein. Ich fand zwei Sachen an dieser Szene oder an diesem Kapitel ziemlich beeindruckend. Nämlich einmal, als Julius und Gino sich da erst noch kurz zurückziehen und die anderen beiden da noch so blöd warten müssen, sehen sie halt den Bruder von Julius und seine Gang. Und die sind offensichtlich nochmal assi hoch zehn. Also vor denen, so wollen sie offensichtlich nicht sein, also die koksen auch und nehmen offensichtlich noch härtere Drogen und sind so richtig abgestiegen und völlig dummer. Julius hat auch irgendwie keine wirklichen Möbel, sondern so eine Matratze auf dem Boden. Also da merkt man, obwohl Julius mega die große Fresse hat, ist der eigentlich der Bodensatz von den vieren, so mehr oder weniger. Ja. Und auch, dass allen klar ist, dass Gino von seinem Vater so verdroschen wird und Gino dann aber so ausrastet, als er darauf angesprochen wird. Also allen ist es permanent klar. Gino weiß auch, dass die anderen Bescheid wissen, dass sein Vater irgendwie voll der Alki ist und da regelmäßig die halbe Familie verdrisch. Aber es redet keiner drüber, aus Respekt. Und wenn es dann doch jemand anspricht, dann ist Gino halt direkt auf 180. Und das finde ich irgendwie auch eine ganz bemerkenswerte Stimmung, so wie da die Freundschaft läuft. Es wird auch sehr fein nachgezeichnet einfach, wie dieses Milieu funktioniert und wie man sich benehmen muss und was wichtig ist und was nicht. Also das ist eben nicht so eine stumpfe Schilderung von außen. Oh, jetzt gucken wir uns mal die Adidas an hier. Dokumentarfilm. Sondern das ist einfach sehr, sehr authentisch geschildert. Ja, und Lukas willigt dann letztendlich doch ein, weil, ja gut, was soll er machen, ne? Das sind seine Kumpels und der hängt da mit drin, wie immer. Es ist seine Schule, Mist. Ja, genau, stimmt. Seine und Sanchez Schule, ne? Ja gut, aber ich meine letztendlich, er braucht auch Geld für Klamotten, sagt er sich, okay, komm, mach ich mit. Ja, und die Jungs treffen sich dann auch vor der Schule. Und Julius, being Julius, ist natürlich wieder unnötig laut. Lukas hasst ihn dafür, keine Ahnung. Also ich meine, wenn man da schon irgendwie so ein Ding dreht, kann man ja vielleicht wenigstens mal ein bisschen die Fresse halten, aber nein. Nein, der schreit einfach den halben Stadtteil zusammen, während die da im Dunkeln im Gebüsch hocken einfach. Ah, wenn du schon die ganze Zeit, ich habe mich ja so mit Lukas identifiziert, ich saß da die ganze Zeit schon so am Zitterhaut, was passiert jetzt, sie werden erwischt, es wird alles in die Hose gehen. Und dann sitzt da einfach so ein Julius die ganze Zeit so, und schreit da Neukölln zusammen. Testosterone auf zwei Beinen, ey. Julius hat eine Schreckschusspistole dabei. Ja. Der Idiot. Also ich meine, oh, der ist einfach, der ist einfach völlig lost. Keine Ahnung, was mit dem los ist, ne? Ja. Naja, wenn man in dem Kapitel davor gesehen hat, wie Julius lebt, im Endeffekt, der lebt mit seinem Bruder zusammen. Das ist seine Erziehungsperson sozusagen. Und das ist ein Typ, der halt überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt hat in seinem Leben. Und er hat sonst ja auch nichts, was soll man von dem Jungen erwarten, ne? Ja, ist schon krass alles. Um nur mal ein bisschen Verständnis für diese Figur aufzubringen, ne? Ja, klar, ja, klar. Also das ist auch nicht ohne Grund so. Und vor allen Dingen fand ich es cool, dass also selbst Sanchez, der da alles klaut, was nicht bei drei auf den Beinen ist, ist so, der sagt, ey, das ist eine Nummer zu viel, ne? Ja. Gib die Pistole her, dann gibt es noch irgendwie mega den Beef. Auch wieder viel zu laut. Und du denkst, ey Leute, ihr sitzt vor der Schule, wo ihr gleich einbrechen wollt und macht einen Terror. Es darf doch nicht wahr sein. Was für Idioten seid ihr eigentlich? Ach ja, naja, sie schaffen es auf jeden Fall jetzt irgendwie rein in die Schule und dann ist irgendwie Lukas' Taschenlampe kaputt. Dann will er mit seinem Handy leuchten. Handy-Akku ist auch leer, also muss er sich das Handy von Julius leihen. Ja, also das klingt jetzt banal, aber es wird noch wichtig, diese Geschichte. Er hat also jetzt Julius' Handy, um mit dessen Handy zu leuchten. So, die haben zum Transport der ganzen PCs, haben sie einen Einkaufswagen dabei. Auch eine super Idee. Es ist der bestorganisierte Schaub aller Zeiten. Wie die Ninjas. Das ist auch überhaupt nicht laut, wenn man solche Computer in so einem Einkaufswagen über die Straße hat. Ja, auch gedacht, ey Leute. Er fährt mitten in der Nacht in der Stille. Es ist ein großartig durchdachter Plan. Wow. Niemand hat behauptet, dass es schlau ist, Leute. Es muss schnell gehen. Neu Köln 11. Und schnell sind sie. Genau. Ja, die schlagen sich zum Lager durch. Das Lager ist voller Bücher. Erstmal sehen sie gar nicht, wo diese PCs lagern. Dann entdecken sie es und müssen dann irgendwie, keine Ahnung, mit einer Trittleiter. Und sie kriegen es auf jeden Fall irgendwie hin. Lukas geht dann, also weil das Lager ist natürlich unten im Keller, klar, wo Lager so sind. Lukas geht dann eine Etage höher und versucht dann in dem Klassenraum, der direkt da drüber ist, so ein bisschen den Weg schon mal freizuräumen, damit sie dann möglichst ungestört und möglichst leise die PCs aus dem Fenster kriegen. Ja, und während er da so rumhantiert, vibriert plötzlich sein Handy. Und er guckt da drauf und denkt so, hä, wieso schreibt mir Gino jetzt, was ist hier los? Und so kryptische Nachrichten irgendwie so, geht nicht mehr, hol auf jeden Fall, kein Bock mehr. Und er denkt sich so, hä? Und dann fällt ihm wieder ein, ach so, ist ja gar nicht mein Handy, ist ja von Julius. Und er fragt sich wieder, was hacken die beiden aus? Was läuft da? Er wundert sich. Naja. Und das fragt man sich ja die ganze Zeit, was zwischen Julius und Gino eigentlich abgeht. Also Gino konnte schon nicht mit zu diesem Raubüberfall jetzt, weil der zu Hause Hausarrest von seinem großartigen Vater hat. Und man weiß auch die längste Zeit in diesem Buch ab jetzt gar nicht, was überhaupt bei dem abgeht, weil der immer seltener auftaucht. Und also Julius steckt da scheinbar mehr drin, als man so meint, weil eigentlich schreibt Lukas am Anfang des Buches, dass das ja sein bester Freund sei. Ja. Und jetzt schreibt er dauernd irgendwie Julius an. Und irgendwie ist da noch eine Ebene aufgemacht worden. Also eigentlich, Gino war zwar Lukas bester Freund, aber die hängen eigentlich als Clique miteinander rum. Jetzt ist Sanchez da drin und irgendwie haben Julius und Gino so eine Unterebene aufgemacht in diesem Freundschaftszirkel. Und er weiß nicht so genau, was geht da gerade ab. Und das ist aber mit einem unguten Gefühl auf jeden Fall, weil Julius, gut, dem traut man halt alles zu. Fußnote. Auf besagten Julius-Handy sieht Lukas auch noch SMS-en von einer gewissen Denise. Denise. Wo man sich ja auch schon dachte, oha, weil Gem doch auf einer solchen gesucht hat. Doch, doch, doch. Das ist mir sofort aufgefallen. Nee, da war ich völlig blind für. Ich dachte, okay, irgend so ein Weib. Aber dass die nochmal Denise hieß, hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm in dem Moment. Das ist der einzig weibliche Name in diesem kompletten Buch fast. Ja, so ungefähr. Scheiß auf Reiber. Das ist auch echt einer meiner Kritikpunkte. Naja, sie schaffen es auf jeden Fall, diese ganzen PCs und Bildschirme aus dem Klassenraum in den Garten hinein zu hieven. Julius, der alte Lauch, hat dann auch noch schön, boah, das fand ich auch so geil, hat dann schön im Lager unten mit Edding fett nochmal irgendwie, Danke, ihr Opfer ist, an die Wand geschrieben und, oah, wie doof kann man denn sein? Er hat wenigstens seinen Teckernamen benutzt und nicht direkt seinen eigenen Namen dahin geschrieben und die Adresse, Anschrift und alles. Er hat wenigstens auch den Teckernamen benutzt. Ja, ja, genau, wenigstens etwas. Verschreibung für die Zuschauer in vier Leute in der Kamera, die sich die Hand an den Kopf verhalten. Idiot, Alter, Idiot. Naja, die stehen also jetzt mit dem ganzen Liebesgut im Garten und stehen vor einem hohen Zaun. Okay. Wer hätte damit rechnen können? Ja. Ein Schulgarten hat einen Zaun. Hups. Naja, die schaffen es aber auch darüber, Räuberleiter etc. Und dann packen sie halt dieses ganze Zeug in den Einkaufswagen und schippern die Straße entlang. Das würde die rattern da einfach durch die komplett stille Stadt. Richtig unhoffend. Der PC fällt natürlich noch raus, geht kaputt. Julius schmeißt den total laut an irgendeine Häuserwand. Weil warum nicht? Oh Gott, es ist einfach schlimm. Absolute Ninjas. Ja, total. Naja, dann kommen die an so eine Kreuzung und plötzlich taucht da so ein Polizeiautob auf. Und alle frieren so komplett ein. Scheiße. Zum Glück entdeckt die Polizei sie nicht. Sie gehen weiter und kommen halt an irgendwelchen, keine Ahnung, Neuköllner Bars vorbei. Und irgendwelchen Spielotheken, irgendwelchen Alkis, die da rumhocken. Und die dann auch hinter denen herlaufen und sie mit Flaschen beschmeißen. Und dann zieht Julius die Schreckschusspistole und schießt. Ja. Und man denkt so, warum? Warum? Und die anderen natürlich auch. Warum? Ja. Es ist einfach unfassbar. Die Typen fliehen da natürlich. Die Jungs sind völlig entgeistert. Rennen wie verrückt weg. Und es ist krass. That escalated quickly. Ja, es war genau die gleiche Szene wie am Anfang. Lukas sagt, ey Julius, halt bitte dein Maul. Lass einfach weitergehen. Guck nicht hin. Komm, lass jetzt mal nicht auf die Straßenseite. Und Julius ist wieder der, der Terror macht und alle reinhaut. Also, ja. Und es ist ja Hammer, während das eh schon so mega unauffällig ist, wie die da mit ihrem scheiß Einkaufswagen durch die komplette Stadt scheppern und da von irgendwelchen Alkis verfolgt werden, dann muss er einfach noch die Kirsche auf den Scheißhaufen setzen. Ist sehr schön formuliert. Was das krasse ist, es funktioniert. Ich als Berliner würde jetzt mal sagen, dass irgendwo in der Nacht jemand mit einem Einkaufswagen durch die Gegend scheppert, kein Schwein guckt danach, dass irgendwo mitten in der Nacht irgendwelche Leute sich gegenseitig anbrüllen, kein Schwein schaut dahin, das ist allen egal. Das Einzige, was wahrscheinlich ist, wenn du irgendwo Schüsse hörst, dann schreckst du auf und guckst in die Richtung und bist dann sofort weg danach. Also, gut. Also, dass sich da keiner irgendwie Gedanken macht, dass die total laut sind, ist immer noch realistisch für Berlin. Kann ich drauf schwören. Oh Mann, ey. Ja, wunderbar. Nächster Tag, oder nee, Wochenende ist vorbei. Montagmorgen, wir sind wieder in der Schule. Der Rektor hat wieder ein Wort. Er taucht mit zwei Polizisten auf und Lukas kriegt natürlich sofort Muffensausen. Die Polizisten schildern dann erstmal die Sachlage und fordern die Schülerinnen und Schüler um Mithilfe auf. Und Rektor Schizet ist richtig sauer. Der ist so richtig sauer. Und da würde ich sagen, hören wir mal rein. Viel Spaß. Oder falls ihr direkt etwas wisst, könnt ihr uns das auch jetzt sagen. Der Polizist sieht fragend in die Runde. Soll ich es einfach zugeben? Die wissen eh schon so viel. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die selber drauf kommen. Ich glaube, wenn man sich stellt, ist die Strafe nicht so hart. Plötzlich geht ein Raun durch die Klasse. Osman meldet sich. Richtiger 31er, ruft irgendwer. Alle gucken Osman an. Du Dings. Sagt er und zieht grinsend zu mir herüber. Was ist denn mit ihm? Hat er uns gesehen? Hat er gehört, wie laut mein Herz schlägt? Er kann doch nicht einfach auf Verdacht irgendwas gegen mich sagen. Ja, äh, Lukas durfte zwar nicht, aber ich kann mal auf Toilette gehen. Ist wirklich dringend, ja? Sagt er. Alle lachen. Ich atme durch. Wie heißt du? Geht Herr Schiedsee dazwischen. Wie du heißt, habe ich gefragt. Osman antwortet nicht. Herr Schiedsee atmet laut durch. Das darf doch alles nicht wahr sein hier. Also, ich sage jetzt mal was. Seine Stimme überschlägt sich. Ich habe mir den Arsch aufgerissen, damit unsere Schule hier endlich mal mit zeitgemäßer Technik ausgestattet wird. Habe ich mit tausenden Ämtern und diesen ganzen Schwachmaten vom Bildungsinnert hingesetzt. Habe sogar zugestimmt, dass diese Pressefuzzis hier filmen dürfen, nur damit unser geliebter Bürgermeister seine Scheißwerbung bekommt. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als hier einzubrechen. Ich habe den Zeitungs- und Fernsehleuten extra gesagt, dass das mit der neuen Ausstattung bitte erst heute veröffentlicht werden soll, damit niemand auf dumme Ideen kommt und versucht, die Computer zu klauen. Keiner außer euch wusste davon. Es müssen also Schüler dieser Schule etwas damit zu tun haben. Und ich idiot dachte, meine Schüler würden sich freuen, endlich an richtigen PCs ausgebüllet zu werden. Aber nein, ich habe mich mal wieder geirrt. Er haut mit der Faust auf den Lehrertisch und reißt die Augen auf. Fast sieht er so aus, als würde er gleich anfangen, vor Wut zu heulen. Er tut mir leid. Und ich verspreche euch eins. Wir werden diese Leute finden und sie bestrafen. Und zwar alle. Auch die, die nur am Rande damit zu tun hatten oder davon wussten und nicht zur Aufklärung beigetragen haben. Alle. Mein Ehrenwort drauf. Drohend lässt er seinen Blick durch die Knasse schweifen. Dann negt er den Polizisten zu. Gemeinsam verlassen sie den Raum. Die Tür knallt. Die Zugluft reißt ein paar an die Wand gepinnte Blätter herunter. Stille. Also auch nicht ganz angemessen für einen Rektor, die Wortwahl, würde ich sagen. Naja. Ja. Zielgruppenadäquat. Ja, das auf jeden Fall. Man kann ihn halt auch verstehen. Ja. Man kann ihn auch verstehen. Der arme, frustrierte Mann, der hat sich echt den Arsch aufgerissen. Und jetzt so. Leid schon mal Sonne Schule, ey. Ja, genau. Ach ja. Naja. Und Lukas fühlt sich eigentlich die ganze Zeit nur paranoid und vermutet hinter jedem Blick, hinter jedem Spruch denkt er so, oh scheiße, die wissen das. Die wissen, dass ich da beteiligt war. Der kann es ihm verübeln. Ach, das war so schlimm beim Lesen, ey, bei jedem. Irgendwie sein bester Kumpel da in der Klasse sagt er noch, ja, hier, haha, wenn du das warst, dann gib mal das Geld ab. Und er so, warum hat er das gesagt? Verdächtigt er mich? Weiß er schon was Bescheid? Oha. So, äh. Das ist halt ein dummer Spruch. Ja. Er ist halt null professionell. Ja, genau. Und dann ruft Marco auch noch an. Mhm. Der immer bei alles Bescheid weiß. Und Marco, natürlich, genau, gut vernetzt, hat natürlich auch schon davon gehört. Und lacht sich total kaputt. Ey, was für Opfer. Wie kann man so doof sein? Die Computer sind doch registriert und so. Und Lukas so, oh nein. Oh nein. Ja, was für Opfer. Haha, haha, ja. Gut, dass ich das nicht war. Man muss dazu sagen, früher hätte ich wahrscheinlich solche Storys auch noch geglaubt, ne? Dass die Computer registriert sind, dass man Sachen nachverfolgen kann. Also Punkt eins ist ja, die sind aus. Also da ist jetzt gerade erst mal gar nichts registriert, ne? Also solange du so ein Ding nicht anmachst, da werden keine, da gab es noch keine AirTags, ne? Da ist nichts dran, wo man die irgendwie mit verfolgen kann. So, und Punkt zwei, jetzt mal interner gesprochen. Wenn neue Computer-Laptops irgendwas angeschafft werden, da kann man nix nachverfolgen. Bei aller Liebe. iPads, was anderes, die sind in so einer Cloud drin und solche Geschichten. Aber Computer, never, never. Also Marco macht da einen Fass auf. Ja, Marco macht da einen Fass auf. Und das war das Erste, was ich gedacht habe, als Op. Ne? Und ja, aber es geht genau in die Kerbe rein bei Lukas, der ja eh schon so unsicher ist. Also ihr lieben Schüler da draußen, die uns gerade zuhören, hört auch Hanna, klaut die Schulcomputer, solange sie frisch und neu sind. Habe ich auch gerade gedacht. Ich wollte gerade sagen, Computerraum. Ach komm Leute, wer klaut denn auch noch Computer aus der Schule, jetzt mal im Ernst. Ich wollte gerade sagen, die Schulen kriegen jetzt nicht gerade die fettesten Gamer-PCs und die meisten Schulen haben halt Tablets, ne? Ja, ja, ja. Lukas kommt dann nach der Schule nach Hause und sein Vater weiß auch schon Bescheid. Es war schon in den Nachrichten. Papa Matthias ist total sauer darüber, was da abgeht in dieser Schule. Und Lukas ist so ein bisschen genervt, weil er sich denkt so, ey, ich erzähle dir ständig, was da abläuft und das interessiert dich überhaupt nicht und du glaubst das eh nicht. Und diese Geschichte, die macht dir jetzt plötzlich Sorgen. So, ne? Und ja. Das fand ich auch total toll geschrieben. Also, weil der einfach seinem Vater vor den Kopf knallt, dass er einfach überhaupt keine Ahnung hat, in welcher Welt sein Sohn lebt. Aber wenn es jetzt in den Nachrichten kommt, wenn er es jetzt schon über den Fernseher direkt vorgekaut kriegt, dann auf einmal stellt er Fragen, aber hat halt immer noch keine Ahnung und ja, fand ich gut geschrieben. Und wenn du dir halt auch relativ sicher sein kannst, dass das Thema Schule da ansonsten jetzt nicht unbedingt am Mittagstisch besprochen wird oder so. Also, dass wahrscheinlich der Vater sonst nie nachfragt, ernsthaft nachfragt, wie war es in der Schule, was ist da abgelaufen und so. Und also, also, auch das einfach ein Grund ist zu sagen, du fragst doch sonst nie nach. Also, und jetzt? Dann tu jetzt nicht so schockiert. Ja, vor allem, wenn es dann halt um den Diebstahl geht, aber wenn es halt wirklich darum geht, er kommt nach Hause und hat blaue Augen und ne? Ja. Da ist das überhaupt nicht so wichtig. Er wird ihm gesagt von wegen, ja, du solltest dich davon fernhalten, tralala. Ja, genau. Ah, jetzt wird hier Computer geklaut, wie schrecklich ist das denn? Das ist dieser Vergleich, ne? Das ist so, wow. Naja, Lukas kriegt auf jeden Fall so langsam ein bisschen kalte Füße und trifft sich dann mit den anderen, um die Lage zu besprechen und er erzählt denen dann erstmal, ich meine, außer Sanchez ist ja keiner bei ihm in der Klasse, was da passiert ist, dass die Polizei da war, dass die ganze Stadt eigentlich schon Bescheid weiß und Julius ist erstmal total gechillt, bis Lukas ihm eben von dieser Registrierung erzählt. Und da wird er plötzlich total hektisch. Weil die PCs bei ihm liegen. Genau, genau. Ja, und sein Bruder hat ja auch echt fett Dreck am Stecken und, ja, wenn da plötzlich die Polizei vor der Haustür steht, wird es schwierig. Genau, und er meint dann halt, okay. Mal ganz im Ernst, wenn da die Polizei vor der Tür steht, dann sind die PCs wirklich das kleinste Problem. Also das ist die Drogenhöhle Nummer eins, das ist ein Rauschgift-Grab des Todes und die müssen wahrscheinlich erstmal da irgendwie zehn Truffis in eine Entzug. Ja, und ich glaube, das weiß Julius auch. Deshalb drängt er auch darauf, wir müssen die PCs sofort, wir müssen sie so schnell wie möglich verticken. Und dann beschließen sie halt, weil es ist schon zu spät, am nächsten Morgen irgendwie Schule schwänzen und dann schauen wir mal, wo wir die loskriegen. Dann beobachten die noch auf der Straße irgendwie, dass Ginos betrunkener Vater da rumtorkelt und Sanchez erkundigt sich nach Gino und, ja, Julius sagt dann halt, ja, der Gino, der hat eigentlich Hausarrest und hat sich bisher eigentlich nicht gemeldet so. Also ich habe noch nichts von dem gehört, meinte er halt. Und Lukas weiß ja, dass Julius lügt, weil er hat ja mitbekommen, dass Gino ihm eine SMS geschickt hat. Und er fragt sich halt, was geht da ab? Mal wieder. Mal wieder fragt er sich, was geht da ab zwischen Gino und Julius? Ich fand die Szene richtig schlimm, weil alle wissen, das ist Ginos Vater und die Kapitel vorher, wenn die an irgendwelchen besoffenen Obdachlosen vorbeigelaufen sind, sind die jetzt auch nicht besonders positiv beschrieben worden. Also so nach dem Motto, die sind eh zu besoffen, die kriegen nichts mit und jetzt weißt du einfach, das ist Ginos Vater gerade, der genau so eine schlechte Figur da ab. Und es tut mir so leid für Gino, obwohl der gerade gar nicht da ist. Super unangenehm. Ja, die machen sich also dann daran versuchen, diese Computer zu verticken, aber es stellt sich gar nicht so leicht heraus. Ey, dieser Raubüberfall Ocean's Eleven für Kassenpatienten, das war ja schon, wow, einfach nur, das war ja einfach nur, wow, ich finde keine Worte dafür. Sie sind wirklich keine Ninjas. Aber jetzt dieses, wir verkaufen Diebesgut, also dass nicht innerhalb von einer Minute die komplette Polizei des gesamten Landes vor der Tür steht, das ist auch alles. Also wie kann man sich noch dümmer anstellen? Wow. Das ist echt so geil. Also die stellen sich wirklich mega dämlich an. Beim ersten Laden werden sie schon fast irgendwie verkloppt von irgendwelchen Typen, die im Hinterraum nur auf Kloppe gewartet haben sozusagen, die sie dann erstmal aus dem Laden herausjagen und alles streibt irgendwie auseinander und keine Ahnung. Wir haben da zehn Computer mit. Diese sind bestimmt nicht die, die gestern in der Zeitung standen. Wir würden die sehr gerne verkaufen. Das ist so herrlich. Die klappern dann fünf weitere Läden ab, wo es nicht funktioniert und landen dann irgendwann in so einem Pfandhaus, wo sie dann behaupten, sie wären 20 Jahre alt. Und der Pfandler ja so, aha, nee, ist klar. Ja gut. Der weiß natürlich auch sofort, der hat, weil ganz Berlin ja weiß, dass diese Computer geklaut worden sind, weiß der natürlich auch sofort, wo die herkommen. Aber er sagt denen, wisst ihr was, ich gebe euch 800 Euro und dann verschwindet ihr und ihr kommt bitte nie mehr wieder. Verpisst euch einfach. Also nie mehr wieder. Also wirklich nie mehr. Ich nehme diese drei und den Rest bitte, ist mir scheißegal. Haut ab. Ja, sie lassen sich dann darauf einverteilen, selig das Geld untereinander und Gino bekommt natürlich auch seinen Anteil, auch wenn er jetzt nicht dabei war. Aber Gino ist halt einfach Teil der Freundesgruppe und finde ich auch total nett irgendwie. Das finde ich da cool. Ja, richtig cool. Hätten sie nicht machen müssen, ne? Genau. Aber machen sie. Weil Gino war ja bei dem ganzen Riss gar nicht dabei. Insofern finde ich das auch wirklich richtig cool. Drei Computer sind sie jetzt losgeworden, ohne dass sie direkt gepackt werden, was einfach nur ein Wunder ist. Und jetzt haben sie von der ganzen Aktion bisher in der Tasche jeder 200 Euro. Und da denkt man sich ja schon so ein bisschen, oh mein Gott, also die 20 Lebensjahre, die ihr jetzt durch diverse Herzinfarkte verloren habt, waren diese 200 Euro unter Garantie nicht wert. Aber so wie das geschrieben ist, für die ist es das schon wert, weil die wirklich, also auch so wie das geschrieben ist, die denken halt, wow, 200 Euro, was mache ich damit alles? Ja. Der reichste Mensch, den ich kenne, so ungefähr. Ich habe ausgesorgt. Ja. Saus und brauchst für drei Jahre. Ja, genau. Man muss ja davon ausgehen, dass die kein Geld haben. Selbst diese Anfangszene, wo sie im Park Gras kaufen ist, sammeln wir mal Kleingeld zusammen. Wer hat noch einen Cent in der Tasche, so nach dem Motto. Und jetzt haben sie jeder 200 Euro. Für diese Kinder ist das ein Arsch voll Geld. Ja. Ja, und Lukas geht jetzt auch erst mal Pizza kaufen. Der hat nämlich ordentlich Hunger. Und jetzt kauft er nicht die Billo-Pizza. Genau. Nicht die Dreier-Pizza in einem Park, sondern die gute, geile Pizza. Die gute. Die gute Pizza. Oh, der feine Herr. Mit Monokel im Auge erst mal. Oh, eine Wagner. Auf jeden Fall trifft er halt beim Pizzakauf Ginos Mutter zufällig. Und ihm fällt auf, dass sie richtig schlecht aussieht. Also die hat irgendwie so einen abwesenden Blick. Die hat verquollene Augen. Die ist irgendwie grauer, als er sie zum letzten Mal gesehen hat. Und ja, die quatschen so ein bisschen. Und was ich auch in der Szene interessant fand, wir erfahren ja, also dass Ginos Vater Alkoholiker ist, wissen wir ja schon. Aber da erfahren wir, dass Ginos Bruder MS hat. Also die Familie, der geht echt nicht gut. So, ne? Da ist echt. Und Ginos Mutter, finde ich, ist super sympathisch. Und auch Lukas geht mit ihr ganz vorsichtig, sympathisch, nachsichtig um, weil sie ihm wirklich leid tut. Und sie sagt halt auch schon, ja, Julius kümmert sich ja eigentlich auch schon ganz gut. Und der liest dem Bruder mal vor und so. Und du denkst, wie bitte? Was ist das denn bitte für eine Seite von Julius? Die kenne ich doch gar nicht. Ja, ja. Du hast das auch total überrascht. Und der liest dem kranken Bruder vor, dieser krasse Typ ohne Impulskontrolle. Das fand ich cool. Ja, fand ich auch richtig schön geschrieben. So, ne? Das ist kein eindimensionaler Typ, so dieser Julius. Ja, ja, ja. Der ist schon, fand ich schön. Generell, wie die Figuren beschrieben sind, die kommen halt alle aus so einem Assi-Universum. Aber das sind halt alles Menschen. Die sind auch total liebevoll beschrieben, wenn man manchmal stark zwischen den Zeilen lesen muss. Ja, und Lukas macht sich dann mit seiner Premium-Pizza nach Hause. Und zu Hause ist Karin. Karin ist die Freundin seines Vaters. Und ja, mit der kann er eigentlich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Die ist eigentlich total nett und die versucht auch mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber ja, Lukas hat nicht so richtig Bock. Und auch Karin weiß natürlich schon von diesen Computern, weil es weiß ja jeder. Das bestbehütigste Geheimnis Berlin, ja. Ja, genau. Das ist so geil wie die Verschwörung in Wilhelm Tell, ja. Ja, ja. Aber wieder auf drei, 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 drei. Es ist eigentlich wirklich kein Wunder, dass Lukas so paranoid ist, weil er eigentlich permanent darauf angesprochen wird, auf diese Scheiße. Das ist nicht nur sein Gefühl, das ist richtig, ja. Nein, es ist so, ja. Ach ja, und Karin schawenzelt so ein bisschen um ihn herum und Lukas so, was will die eigentlich von mir? Und dann fragt sie ihn um Rat, weil sie ist jetzt halt von, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo hat die vorher gewohnt? Weiß es noch jemand? In einem anderen Stadtteil von Berlin auf jeden Fall da hingezogen. Und ihr Sohn Fabian, der hat es richtig schwer, der wird ständig abgezogen und wurde zuletzt auch mit Messern bedroht. Und sie fragt jetzt Lukas, was kann der Fabian machen? Wie kommt der da raus? Und naja, Lukas denkt sich halt, Fabian ist einfach auch echt leichte Beute, weil der hat einen uncoolen Haarschnitt, der hat uncoole Klamotten, der fällt einfach auf. Der ist ein richtiges Opfer. Ja, genau. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich da machen soll. Also er kann ihm nicht helfen. Lukas weiß natürlich, wie es ist, in Neukölln einer der wenigen Deutschen zu sein, aber ja, er kann ihm halt einfach nicht helfen und er rät Karin einfach, dass Fabian eben einen anderen Schulweg nehmen muss. Der muss halt einen riesen Umweg fahren. Was anderes kann er nicht tun für ihn. So, na. Ja, ist irgendwie auch so eine total traurige Szene und Karin ist auch total lieb. Und sie sagt Lukas auch, wie toll sie das findet, dass er und der Marco, dass die ja, obwohl die da aufgewachsen sind, so freundlich jung sind und so, ne. Und ja, und da hat Lukas schon fast ein schlechtes Gewissen, weil er halt irgendwie so keinen Bock auf die Karin hat und na, eigentlich tut sie ihm ja auch ein bisschen leid. Aber es schließt natürlich toll den Bogen zum Anfang des Kapitels, wo er sich mit seinem Vater so fetzt, weil diese Karin, die er eigentlich nicht ausstehen kann, die fragt ihn nach Rat und die nimmt das ernst und die sucht jemanden, der diese Spielregeln in diesem Stadtteil aus der Perspektive eines Jugendlichen kennt und fragt ihn wirklich ernsthaft, was mache ich jetzt. Während der Vater sagt, hier, ich kenne mich voll aus, hier, ich mansplain dir mal, wie das 1970 war, bla 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 bla. Und er einfach nur sich die Kopfhörer reinsteckt und sich denkt, was ist eigentlich falsch mit dir. Das schließt diesen Bogen eigentlich nochmal gut, muss man sagen. Ja, stimmt. Ja, alles etwas verworren, die Computersituation bringt Lukas ziemlich zum Schwitzen und was eigentlich mit Gino ist und Julius weiß man auch nicht so wirklich. Es ist ziemlich viel im Unklaren am Ende von diesem siebten Kapitel und was da alles draus wird, das hören wir nach dem Autor. Autor, 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 Felix Lobrecht, dieser andere Podcaster. Felix Manuel Lobrecht wird am 24.12.1988 geboren. Bei Wikipedia steht in Mettingen. Er selber sagt ständig Münster oder auch in der Nähe von Münster, das würde auf Mettingen wiederum zutreffen. Also irgendwo da, sein Vater, an Weihnachten, er ist ein Christkind, sein Vater heißt Frank, Mutter Ursula, er hat zwei jüngere Geschwister, Julian und Sophie. Von Julian wissen wir, dass er inzwischen auch sein Tourmanager ist, mit ihm auch seine Klamottenmarke leitet und echt so Mädchen für alles ist und unersetzbar, sagt er auch selbst. Seine Schwester hat Komparatistik und europäische Literatur in Mainz studiert und ihren Masterabschluss in Kunst und Literatur inzwischen. Es fängt relativ traurig an, nämlich 1993, als Felix IV ist, verstirbt seine Mutter an Brustkrebs. Und die beiden jüngeren Geschwister, jüngere Geschwister, gibt es da eben auch schon. Und der Vater zieht mit den drei Kindern nach Berlin zurück, der kommt ursprünglich aus Berlin, in den Ortsteil Gropiusstadt in Neukölln und zieht da als Hausmann seine drei Kinder groß. Oh Mann. Ja. Und die sind ja Mini. Boah. Mini, Mini. Krass. Genau. Krass. Und ich finde das ganz schön, weil wenn er darüber erzählt, dann sagt er ja, auf der einen Seite hast du halt dieses Männlichkeits-Neukölln-Macho-Bild. Und auf der anderen Seite gehörte aber für ihn auch völlig natürlich dazu, dass sein Vater halt Hausmann war und sie großgezogen hat und also keine Arbeit hatte oder die Familie versorgen könnte. Zur Bucherscheinung hören wir häufig den Satz, ich wünschte, ich hätte mir mehr ausdenken müssen. Also wir wissen, Sonne und Beton ist teilweise biografisch, merken wir auch jetzt. Alleinerziehender Vater, der hat da seine Freundin ja in dem Buch, aber und natürlich Gropiusstadt Neukölln, da spielt Sonne und Beton. Das heißt, vieles davon ist biografisch, vieles davon sind so Urban Myths, die irgendwie dann immer rumerzählt wurden oder das, was seinen Kumpels passiert ist oder in den Familien seiner Kumpels. Jetzt, was genau davon eins zu eins biografisch ist und was nicht, das sagt Felix Lobrecht nicht und das finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Ja, aus guten Grunde, genau. Ja. Ich habe ein schönes Interview gefunden, wo die Interviewerin gefragt hat, hat Neukölln was Gutes mit dir gemacht? Und er hat halt gesagt, naja, ich bin in Neukölln aufgewachsen, viele hatten Deutsch nicht als Muttersprache und ich war immer krass beeindruckt, wie wenig Wörter die brauchten, um eine Geschichte zu erzählen, in die man sofort versteht und die mega lustig ist. Das finde ich sehr cool. Ja, kann man sich auch sofort vorstellen. Ich meine, ja. Präpositionen völlig überbewertet. Wenn man so an die eigenen SchülerInnen denkt. Ja, genau, richtig. Ab 2001 besucht er das Hannah-Aren-Gymnasium im Neuköllner Ortsteil Rudow und war da als einziger Schüler Lehrmittel befreit. Das heißt, er musste seine Bücher nicht kaufen, weil er sie nicht kaufen konnte, weil sie arm waren. Und er sagt, da ist es ihm zum ersten Mal bewusst geworden, dass sie arm waren, weil in Neukölln waren alle so. Da hat es keinen großen Unterschied gemacht, aber da am Gymnasium ist es einem zum ersten Mal so bewusst geworden, dass man nicht mithalten konnte und auch durch dieses Lehrmittel befreit sein. Schon als Kind oder als Jugendlicher, so mit 13, 12, 13 war Sport immer super wichtig. Das ist bis heute so. Also Felix Lobrecht geht pumpen, geht ins McFit, sobald er in Berlin ist, hat früher auch Fußball gespielt, aber dann auch Breakdance gemacht, Kampfsport und relativ schnell so zum Pumpen gefunden, um seinen lauchigen Körper, denn auch er war immer relativ klein und dünn und deutsch, wenigstens irgendwie hochzukriegen. Und weil auch beim Breakdance, da geht es ums Tanzen, da ist es egal, woher du kommst, sondern da sind alle gleich. Und ja, Sport ist bis heute wichtig. Da macht er ja auch öffentlich viel, also ist ja dauernd irgendwie auf YouTube und zeigt da irgendwelche Übungen und ist mit irgendwelchen Fitness-Influencern unterwegs und sowas. Genau, was er auch schon als Jugendlicher hört, ist Hip-Hop, auch das kriegen wir bei Sonne und Beton mit, Agro Berlin, Flair, KIZ, alles was man früher so gehört hat in der Szene. Und er wird 2003 wegen auffälligem Verhalten der Schule verwiesen, also ganze zwei Jahre gab es das Gymnasium. Oh. Genau, ist ja jetzt schon die Frage, ob der, keine Ahnung, sich hinter der Sporthalle eingekifft hat oder ob auffälliges Verhalten in der Schule bedeutete, er hat im Matheunterricht zwei Minuten nicht still gesessen. Also er hat auf jeden Fall in der Schule eine Wand zugetaggt, weshalb er mit seinem Vater diese Wand neu streichen musste. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund war oder nur eine der Sachen so. Er geht dann erstmal auf die Gesamtschule, macht dann 2005 seinen Realschulabschluss immerhin, dann jobbt er so ein bisschen rum im Fitnessstudio, auch im Pflanzengroßhandel, steht bei Wikipedia, habe ich noch nie über Reden hören, aber okay. Und holt 2008 tatsächlich sein Fachabi nach und macht 2012 sein Abi via Nichtschülerprüfung. Cool. Also er hat sich das alles autodidaktisch beigebracht und macht sein Abi tatsächlich nach. Und währenddessen hat er schon eine Ausbildung zum Industriekraufmann abgebrochen, als auch ein privates Journalismusstudium abgebrochen. Krass. Wann kommt das Jura-Studium? Genau, da merkt man schon, er hat was auf dem Kasten. Ja, und ab dem Wintersemester 2012, 2013 studiert er Politikwissenschaften und VWL an der Philips-Universität in Marburg, wo er sich auch nicht besonders wohl gefühlt hat. Weil auch da war klar, er gehört irgendwie nicht dazu. Also er war immer noch der Neuköllner, er hat versucht sich so ein bisschen anzupassen, hat sich seine Seiten wachsen lassen und ist so ein bisschen Studi-Links-Alternativ und hat dann aber trotzdem, also du nimmst halt Berlin mit, egal wohin du gehst. Und ich musste relativ lachen, weil einfach in jedem Podcast, den ich mit ihm jetzt in den letzten Tagen und Wochen gehört habe, wird immer so gesagt, ja, du hast ja auch studiert, das wissen die meisten nicht. Und ich denke so, okay, ich habe jetzt zehn Podcasts mit dir gehört und überall wird darüber gesprochen, dass du studiert hast. Also und es steht halt auch bei Wikipedia, also inzwischen kann man nicht mehr sagen, das wissen die meisten nicht. Und was noch viel lustiger ist, wenn man weiß, dass er studiert hat, die schönste Sendung, die ich mit ihm geschaut habe, war die Sternstunde Philosophie, wo er zu Gast ist. Und da spricht er halt über intersektionelle Diskriminierung, ausgehend von sozialer Herkunft, über die Romantisierung von Armut und den Problembezirken. Ach du heiliger. Also so richtig high class, über Ambiguitätstoleranzen und so weiter und du denkst, ja okay, spätestens jetzt weiß man, dass du echt was auf dem Kasten eigentlich hast. Dazwischen kommt aber auch so, ja, da bist du halt gefickt. Und du siehst richtig, wie die Moderatorin die gute Dame kurz zusammenzuckt innerlich. Aber das ist halt dann doch sehr echt. Und das ist halt auch ein Thema, was er in seinem Bühnenprogramm immer aufbringt, also diese Schere zwischen Arm und Reich, wo er sagt, die ist eigentlich nur auf der einen Seite scheiße. Und irgendwie, dass er seine 42.000 Euro Rolex in Gold am Arm hat, einfach damit man es mal sieht, dass er es geschafft hat. Und das ist schon immer Thema. Aber das ist so eine klassische Hocharbeitergeschichte, ne? Also aus dieser Welt, um die es in diesem Buch geht, arbeitet er sich total hoch und das ist einfach total mega. Ja, super. Und das wäre schon mal das erste Argument, eigentlich das in der Schule zu lesen. Gerade wenn man Schülerinnen und Schüler aus einem ähnlichen Milieu zumindest hat, dass die sehen, ja, das ist kein Urteil für den Rest deines Lebens. Also mach was aus dir, das geht. Ja, und das fand ich ganz cool, dadurch, dass er immer so auf Hip-Hop und Sport stand, was er halt auch sagt, er hat einfach gemerkt, all die Leute, zu denen er aufblickt, die arbeiten echt viel. Also das ist denen nicht alles so zugeflogen, sondern du musst echt was dafür tun und echt einen Willen haben. Und das ist auch so eins seiner Charaktermerkmale, ne? Der arbeitet viel, dem ist Pünktlichkeit super wichtig, der ist ganz krass, was so Rituale angeht und so. Und ich finde, das zeigt auch, nee, es kommt dir halt nicht zugeflogen. Du musst schon was dafür tun, wenn du da raus willst. Es geht nicht anders. Und das ist auch eine wichtige Info für unsere SchülerInnen. Ja, weil ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, so, was willst du denn mal werden? Ja, reich, wie egal. Es kommt halt nicht zugeflogen, man muss was tun. Ja, ich glaube, dass man das Buch auch mit Leuten lesen kann, die vielleicht nicht so aus dem Milieu kommen, weil die trotzdem alle Felix Lobrecht kennen. Also jeder kennt Felix Lobrecht von denen, ist einfach so. Mal so aus intern gequatscht, das steht ja schon länger fest, dass wir dieses Buch lesen wollen. Wir hatten jetzt schon länger eine Bücherliste, also bis einschließend nicht diese Folge. Und ich habe das den Schülerinnen und Schülern, als die hier zum Interview waren, habe ich das schon mal erzählt. Und Lea sofort, Felix Lobrecht, oh Gott, und war sofort total dabei. Also ja, das ist in der Generation gerade sehr beliebt. Und ich glaube, du hast ja auch SchülerInnen, die den sehr gerne mögen, Hanna. Shoutout an Anna, vielen Dank für die Hilfe. 2014 erscheint Sommer in Neukölln und das ist im Prinzip das erste Kapitel, was wir gelesen haben. Es besteht aus dieser Drogenkaufprügelszene in dem Park. Cem taucht da schon auf, diese Schlägerei mit den Arabanen, Julius taucht da schon auf. Die anderen Charaktere heißen Jaco, Philipp und Juri und der Ich-Erzähler hat da auch keinen Namen. Aber das wurde schon mal herausgegeben. Das heißt, man sieht, er hat sich da schon mit dem Thema beschäftigt. Ab da wird es auch so ein bisschen wild. Also er hat 2015 mit Poetry Slams angefangen, war aber auch Stammautor auf so Lesebühnen in Marburg und Gießen. Hat da schon schnell festgestellt, moderieren ist einfach eher sein Ding als so fünf Minuten spiel deinen Joke und dann geh wieder. Sondern er hat da schon gemerkt, ich will eigentlich ein Bühnenprogramm haben. Ich will durchgängig meine Show machen und wie geil es ist, einfach auf der Bühne zu stehen. Und heißt, er hat da auch schon an Sonne und Beton geschrieben und hat aber auch nochmal ein anderes Buch zusammen mit Malte Rosskopf rausgebracht. Das ist auch ein Poetry Slammer gewesen. Zehn Minuten, das sind ja 20 Mark. Finde ich auch ein schöner Titel. Wunderbar. Ja, ab 2017 tritt er offiziell als Comedian auf. Also er war bei so einer Quatsch-Comedy-Club-Nummer dabei, wo du dich so über ein Jahr durchsetzen musst gegen die anderen. Hat dann bei Comedy-Shows, bei RTL und so weiter mitgemacht. Und dann gab es einen Nightwash-Clip, der ziemlich viral gegangen ist. Und ab da kannte den jeder. Gibt es eigentlich noch Nightwash? Gibt es noch. Echt? Das lief ja nachts immer früher auf WDR. Also wirklich damals nach dem Krieg, als ich noch einen Fernseher hatte und man so nachts da durchgesappt hat. Da lief ja immer Nightwash und das war immer geil. Also das war ja das größte Biddo-Fernsehen, aber immer mega witzig einfach. Ja, die Leute, die über Nightwash aufgetreten sind, kennt man. Genau richtig. Ja, seine erste Tour, kenn ich, folgt noch mit vielen Jokes, die man schon digital so kennt, also die schon durchs Netz gegangen sind. Und 2017 starten er und Tommy Schmidt auch diesen komischen Nischen-Podcast, Gemischtes Hack, den eigentlich keiner kennt. Einige HörerInnen haben das vielleicht schon mal irgendwo aufgeschnappt, aber es ist wirklich eher so ein Geheimtipp. Ja, also gut. Also die echten Fans nennen sich Hackies. Ja, und dass der es vielleicht mal in den internationalen Spotify Top Ten geschafft hat und eine Million Hörer hat pro Woche. Ich meine, wer hat das nicht? Ja, so. Ja, Gott, ja, kennen wir. Ach, eine Million, das nennen wir Dienstag, also. Wie nennen wir eigentlich die Laber-FachhörerInnen? Das habe ich mich in dem Moment aufgefragt, da habe ich gedacht, wir haben das gar nicht. Oder Fachis. Fachis? Fachis? Ne, Fachi klingt doof, lieber Labi. Ja, Fandi meinte in der letzten Folge, der Podcast-Pöbel. Nein. Nein, ich glaube auch nicht. Okay, sendet uns doch mal Vorschläge ein. Wie sollen wir euch nennen? Ich sage ja immer Laber-Fach-Ultras, aber gut. Ja, ich auch. Das sage ich auch immer zu den SchülerInnen, die uns hören. Die LF-Ultras, finde ich gut. Felix Lobrecht arbeitet außerdem relativ viel mit 1Live zusammen, hat auch immer noch die Sendung OneLive99Problems, wo er auch so ein bisschen zum Gespräch lädt und moderiert. Und 2017 kommt auch Sonne und Beton dann raus, was direkt auch ein Durchschlag einfach ist, weil die Leute kennen ihn schon von Kenick und so weiter, also es lohnt sich. Siebzehnte Auflage. Genau. 2020 kommt sein Programm Hype auch auf Netflix raus, also Kenick wurde auch von Netflix aufgenommen, das heißt dadurch haben das halt auch fast alle Leute gesehen, wenn nicht live, dann über Netflix. Und er hatte sein Studium dann eine Zeit lang unterbrochen, weil er echt einfach zu fame war. Also er konnte halt nicht mehr in eine Vorlesung gehen, das ging einfach nicht. Erstmal hatte der zu viel zu tun und ihn kannten halt einfach alle, da kannst du nicht in Ruhe studieren. Und dann kam Corona und er hat das Studium in Marburg erstmal wieder aufgenommen. Inzwischen studiert er immer noch an der Berliner Humboldt-Universität, allerdings Sozialwissenschaften. Und das war irgendwie seine Schwester, die ihn dann so ein bisschen hingedrängt hat. So Junge, mach mal fertig. Und außerdem konnte er es nicht auf sich sitzen lassen, dass seine kleine Schwester die einzige war mit einem akademischen Abschluss. Also musste das irgendwie auch noch sein. Und dann auch noch so Komparatistik-Haiti-Taiti und sowas, ne? Ja, genau, geht gar nicht. Vergleichende Literaturwissenschaft, ta-ta-ta-ta. Die meisten Podcasts und Interviews, die ich jetzt so mit Felix Lobrecht gesehen, gehört, gelesen und sonst was habe, stammen auch echt aus dieser Corona-Zeit. Ich glaube, da hattet ihr einfach mal Zeit dafür. Der ist nicht sonst der gesprächigste Typ. Ich meine, gut, der hat seinen fürchtendlichen Podcast, wenn du was über Felix Lobrecht hören möchtest, hör dir den an. Aber der ist jetzt nicht so der große, ich gebe viele Interviews. Und in der Zeit, da, danke, danke, Herr Lobrecht, da konnte ich mal einiges nachhören von den Interviews, die da gehalten wurden. Was relativ cool ist, 2021 gab es auch einen Artikel über Felix Lobrecht in der New York Times. Ach, bring some cool to German Comedy. Wow. Okay, das ist nicht selbstverständlich. Das ist eine Nummer. Nein, wirklich nicht. Ja. Und 2023 kam Sonne und Beton dann als Film raus, hat auch direkt den Bayerischen Filmpreis abgeräumt. Und ich fand es ganz schön. Danach habe ich mal so geschaut, was haben denn so alle Leute über Sonne und Beton, sowohl das Buch als auch den Film gesagt. Und Franziska Giffey, Neukölls Bezirksbürgermeisterin, für sie ist das Buch ein Knaller, echt, wahrhaft, authentisch. Ein Knaller. Ja, eine Aufforderung, genauer hinzusehen, auch für alle, die in diesem Land politische Verantwortung tragen. Ja, Felix Lobrecht hat das dementsprechend kommentiert und hat gesagt, es geht hier um mehr Bildung und darum, für Beschäftigung zu sorgen und mit den Leuten einfach mal ordentlich umzugehen. Und schön war, dass Giffey gesagt hat, bei dem Buch ist halt die Frage, wer integriert hier eigentlich wen? Weil Lukas ja versucht, sich in die Migranten rein zu integrieren und so. Das finde ich ganz cool. Finde ich aber gut, dass er Frau Nestle da nochmal gesagt hat, wie er dazu steht. Ja. Was auch eine schöne Kritik war, war Sonne und Beton ist das neue Wir Kinder von Bahnhof Zoo, was man irgendwie mal lesen sollte. Ritterschlag, aber passend. Genau, und dass es vor allen Dingen dann wichtig ist zu lesen, wenn man irgendwie aus einer Kleinstadt in Bayern oder Nordrhein-Westfalen kommt und das größte Problem der Jugend war, das Geld nicht für die neuen Buffalos oder den Gameboy zu haben, aber der Urlaub trotzdem jedes Jahr an die Adria-Küste kamen. Also das fand ich cool. Den Aufsatz habe ich auch gelesen. Ich habe mir da auch einiges rausgeschrieben, eigentlich fürs Ende, aber das dachte ich auch. Gerade weil ich dann im Kopf hatte, diese Diskussion, als ich dann im Ref die Kollegin gesehen habe, die Chick gelesen hat und damit schon Persona non grata an diesem Dorfgymnasium war. Also gerade eigentlich Leute, die nicht aus so einem Milieu kommen, sollten sowas eigentlich mal lesen. Und ja, da ist schon was dran, eben weil es so authentisch ist und weil es halt auch wirklich kunstvoll gemacht ist. Für Sonne und Beton gab es ein riesiges Casting, also die Schauspieler, bis auf die Eltern ist da keiner professioneller Schauspieler vorher gewesen. Cool. Marco, der ältere Bruder von Lukas, wird von einem Rapper gespielt, den man wohl in Berlin einigermaßen kennt und ansonsten sind das wirklich alles Jungs von der Straße, um es mal so auszudrücken. Wie cool. Okay. Auch richtig cool. Und erst vor wenigen Folgen hat Felix Lobrecht, erst vor wenigen Folgen hat Felix Lobrecht bei Gemischtes Hack mal erzählt, dass Netflix eigentlich Sonne und Beton verfilmen wollte. Ui. Und er dankend abgelehnt hat, als er gemerkt hat, dass Netflix Neukölln politisch korrekt machen wollte. Also der hat gesagt, die haben sie nicht mehr alle da, ne, in dieser Abteilung. Völlig verfehlt. Ja, also so richtig. Die wollten, dass viele von diesen kriminellen Migranten lieber deutsch sind und die wollten aus diesen Arabern, und du denkst echt, die haben sie nicht mehr alle, ne, aus diesen Arabern wollten die eine lesbische Mädchengang machen. What? Oh Gott. Okay. Repräsentation. Interessant. Immer vorbei. Geht gar nicht. Also Netflix, das ist ja schon auch ein Running Gag, also Netflix übertreibt halt manchmal mit der Repräsentation. Es ist cool, dass es da Serien gibt, wo das wirklich auf den Punkt gemacht ist, dass wirklich Leute repräsentiert werden und die wirklich tolle Geschichten erzählen. Aber dass sie es in jeder Serie in letzter Zeit versuchen, das ist manchmal ein bisschen hach. Ach, das Online-Portal Kinofenster.de empfiehlt den Film für Deutsch, klar, für Ethik, Religion, Sozialkunde, Psychologie und Musik. Oha. Für alles quasi, außer alles. Ich war überrascht, dass einige aus meiner Klasse den tatsächlich auch schon kannten. Also ich hatte das Buch letztens auf dem Pult liegen, weil ich nochmal was nachgeguckt hatte und die eh am Arbeiten waren. Und da haben mich einige drauf angesprochen, dass sie den Film geguckt haben und den gut fanden. Ja, ohne dazu genötigt worden zu sein. Wie schön. Ja, oh mein Gott. Was, die gucken auch Filme, wenn ich die nicht in der Klasse anmache? Am 29.09.23 hat er nochmal, muss man sagen, einen deutschen Comedypreis bekommen für All You Can Eat. Das ist sein aktuelles Stück. Das ist inzwischen der fünfte deutsche Comedypreis, den er bekommen hat. Es wird, surprise, keine Netflix-Show davon geben, obwohl die beiden letzten Shows von Netflix vertreten wurden. Außer er wird von einer lesbischen Schauspielerin gespielt. Ja. Netflix wollte ihn nicht nur weniger bezahlen, sondern auch noch mehr Rechte einschränken. Und da hat er gesagt, also jetzt mal im Ernst, jetzt ist gut. Also jetzt ist einfach mal Feierabend. Und er macht das jetzt alles in Eigenproduktion. Und schon mal kleiner Spoiler, dieses Jahr an seinem Geburtstag, also am 24.12. wird es rauskommen. Cool. Ansonsten kann man über ihn sagen, also diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, ich bin ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören. Also wenn man sich so intensiv jetzt gerade mit Felix Lobrecht auseinandergesetzt hat wie ich, dann wird es halt wirklich in jedem Scheißgespräch aufgemacht. Und wenn du dann aber sowas wie Sternstunden der Philosophie mit ihm dir anschaust, dann weißt du einfach, da geht noch so viel mehr. Oder Hotel Matze war ein super Podcast. Ja, den habe ich auch gehört. Der mit ihm gesprochen hat. Genau. Und dann siehst du, da geht sehr viel mehr als immer dieses, du warst ja auch mal arm und jetzt bist du reich und wie geht es dir damit und so. Also er hat inzwischen seine eigene Stand-Up-Firma, Stand-Up 44, wo eben auch sein Bruder mitarbeitet, die sich darauf konzentrieren, Künstler zu fördern. Er hat ein eigenes Model-Label mit Jogginganzügen, Hoodies und Shirts, auch einfach klassisch, passt auch zu ihm. Er unterstützt aber auch viele Organisationen, Refugee-Organisationen, Organisationen, die helfen aus Gangs rauszukommen. Also auch da ist er seiner Hood treu geblieben, könnte man sagen. Und ein Thema, worüber er relativ viel spricht, ist, dass er auch zwischendurch so Angst- und Panikattacken hat, auch mit Depressionen zu kämpfen hat. Einerseits ist er in Therapie, um auch diesen frühen Tod seiner Mutter zu verarbeiten. Andererseits hat er, glaube ich, auch diese Künstler-Depression, zumindest kenne ich die viel aus meinem künstlerischen Umfeld. Du machst eine Show, spielst Tage, Wochen lang diese Show, alles ist darauf ausgerichtet. Und wenn dann diese Tour vorbei ist, dann kommt auf der einen Seite einfach nichts in dem Moment. Und auf der anderen Seite weißt du jetzt schon, du musst das Nächste produzieren, was am besten noch geiler wird als das jetzt, was also enormer Druck auch einfach ist. Auch, dass es vielleicht vorbei ist und dass du das auf einmal alles nicht mehr hast, weil die Leute dich nicht mehr haben wollen. Und er hatte eine Zeit lang, hat er gesagt, so dieses Hochstapler-Syndrom, sagt aber, habe ich inzwischen nicht mehr. Ich weiß, wie viel Arbeit, wie viel Zeit und Geld ich in meine Sachen reingesteckt habe. Ich glaube nicht mehr, dass mir das so zugeflogen ist und dass ich es nicht verweisen kann, dass ich es kann. Ja, und das war es. Ich fand es toll, mir das alles anzuhören, aber ich bin auch froh, wenn ich Felix Stimme jetzt eine lange Zeit erstmal nicht mehr höre. Das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Recherche Queen, wie viel hast du diesmal recherchiert? Ich habe einfach, seit einer Woche höre ich nur Felix Lubrecht auf dem Ohr. Entweder bei gemischtes Hack oder bei allen anderen Podcasts und irgendwann ist auch gut jetzt. Ja, aber mega interessant. Dankeschön. Gerne. Cooler Typ. Danke, Hannah. Wo waren wir stehen geblieben? Lukas wächst in Gropiusstadt auf, in Berlin. Lukas ist ein Dauch und irgendwie Zielscheibe für sämtliche Gangs und Dealer und alles, was da irgendwie unterwegs ist. Er hat Probleme mit seinem Vater, die Schule läuft auch nicht und er ist irgendwie in so einer Spirale aus Machtlosigkeit gefangen. Gleich am Anfang gerät er in eine riesige Prügelei zwischen Türken und Arabern und sonst wem rein. Cem, einer der Dealer, drückt ihm dann auch so einen Totschläger in die Hand und es eskadiert alles völlig. Aus einem Freundesgrüppchen, Dukas, Gino, Julius und Sanchez, die sind immer zusammen unterwegs, meint Sanchez irgendwann, dass die doch mal irgendwie an Geld kommen müssten. Das trifft sich sehr gut, denn gerade da bekommt die Schule eine Ladung neue Schul-PCs und die kann man doch mal nachts ausräumen gehen. Ein großartiger Plan, wie sich herausstellt, weil er auch überhaupt nicht ganz Berlin am nächsten Tag Bescheid weiß und es ist immer noch ein Wunder, dass sie nicht gepackt werden, während sie die Dinger verkaufen. Während Gino langsam immer seltener anwesend ist, was wohl mit seinem gewalttätigen Alkoholiker-Vater zu tun hat, überlegen Lukas und die anderen, wie sie jetzt diese Computer letztendlich loswerden. Und da hatten wir aufgehört bei Kapitel 8, da steigen wir jetzt auch mal direkt ein, und zwar mit einem kleinen Telefonat zwischen Lukas und Julius. Denn irgendwas ist im Busch und es geht mal wieder um diese komischen Computer, so viel erfahren wir hier schon mal. Julius will, dass Lukas und Sanchez sich mit ihm treffen. Das tun die dann auch relativ schnell, müssen noch kurz irgendwie dafür sorgen, dass Lukas' Vater ihn die beiden nicht sieht, weil da auch schon wieder gesagt hat, Ja, ja, wir haben zur zweiten Stunde, also wieder das Schulschwänzen wieder als großes Thema. Und was macht man, wenn man sich erstmal so mit einem Kumpel trifft, man raucht auch erstmal wieder eine Joint? Klar. Lukas lehnte dankend ab, weil er hat noch nichts gefrühstückt und das bekommt ihm immer nicht so. Und während sie so gemütlich da sitzen und so langsam diesen Joint vor sich hin rauchen, erfahren wir, dass Julius' Bruder die Rechner gefunden hat und die müssen jetzt unbedingt weg. Weil wenn die Polizei vor der Tür steht, dann wird da alles hochgenommen. Zumindest die Aussage von Julius' Bruder. Nicht, dass da, wenn die Polizei vor der Tür steht, wie wir es ja vorhin schon hatten, nicht sowieso eine ganze Menge Kacke am Dampfen wäre. Ja, die Computer sind das Problem. Genau. Die drei spielen kurz mit dem Gedanken, ob man diese Computer nicht einfach mal in den Kanal werfen sollte, weil dann ist mal das Problem ja los. Die werden dann bestimmt auch nicht gefunden irgendwie. Man kann nachverfolgen, wo die nun gelandet sind. Die sind ja registriert. Weg ist weg, Leute. Weg ist weg. Weg ist weg. Man muss sagen, die Überlegung ist ja gar nicht so unvernünftig. Also die haben da bisher 200 Euro rausgeschlagen für diesen ganzen Stress und diese ganzen Dauerherzinfarkte, die die dadurch leben müssen. Es ist es echt nicht wert. Und Lukas hat schon überhaupt keinen Bock mehr. Der will die Dinger einfach nur noch loswerden, was man irgendwie verstehen kann. Einerseits ja, andererseits wird ja in der Zeitung inzwischen auch gesagt, wie viel tausend Euro die eigentlich wert sind. Das heißt, die wissen, sie könnten sie vielleicht, also jetzt gerade wäre echt ungünstig, aber wenn sie sie loswerden würden irgendwann, wäre da halt noch echt viel Kohle zu holen. Also und dann denkt sie halt auch den ganzen Stress, den wir jetzt schon hatten, dann für nix, dafür, dass sie im Kanal landen. Also ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen, muss ich sagen. Ja, und Hannah sagt es auch gerade so schön, das ist nämlich Sanches Argumentationsebene. Der schlägt dann auch vor, hey, ich bin doch hier gerade erst eingezogen, weil mir stehen eh noch Kartons rum. Das würde gar nicht ausverauffallen, wenn wir die Dinger einfach bei mir unterstellen. Ja. Der Plan steht dann auch relativ schnell. Julius haut ab, der hat noch was zu erledigen. Und Lukas und Sanches gehen erst mal shoppen, weil das frisch verdiente Geld sozusagen muss man ja auch erst mal ausgeben. Und man ist dann so schön im Store drinne und während man gerade Klamotten anprobiert, bekommt man einen Anruf. Momo, Lukas bester Kumpel sozusagen auf der Schule, ruft ihn an, was Lukas auch erst mal gar nicht gewohnt ist. Der sagt sich, der ruft mich sonst nie an, was geht denn? Und man erfährt ganz schnell, oh Gott, an der Schule macht das Gerücht die Runde, Lukas hat die Dinger geklaut. Dabei hatten sie sich so unauffällig verhalten. Die ganze Zeit über. Was? Wie konnte das passieren? Der Plan war wasserdicht. Ja. Ja, man kriegt dann raus, dass einer von Lukas' Mitschülern, dessen Onkel wiederum gehört, dieser erste Laden, in dem sie versucht haben, die Sachen zu verticken, wo sie hochgradig rausgeflogen sind. Und der hat ihn halt gesehen und hat natürlich seinen Onkel gefragt, was wollten die hier? Ja, den Computer verticken. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, als wäre es ein ganz wildes Gerücht, sondern da steckt tatsächlich Wahrheit hinter. Ganz Berlin hat sie einfach gesehen. Also es war eine Frage der Zeit einfach. Und da gab es auch noch diese Schreckschusspistole. Ja. Die Schlau-Mies. Und verständlicherweise schiebt Lukas jetzt die Todespanik überhaupt. Noch im Laden sagt er zu Sanchez, wir müssen jetzt hier raus. Ey, das geht so nicht. Wir müssen sofort los. Wir müssen das jetzt sofort irgendwie regeln. Das endet nicht gut für uns. Und die beiden fahren zu Julius und packen die Rechner zusammen, um die zu Sanchez in die Wohnung zu bringen. Wir springen zum nächsten Tag, sind wieder in der Schule. Lukas, immer noch komplett panisch, hat das Gefühl, dass alle ihn anschauen. Wir kriegen auch das ein oder andere Gespräch so mit und das Fingerzeigen von wegen, guck mal, das ist er, der hat's getan. Volle Kanne. Es laufen auch noch ein paar Polizisten an Sanchez und ihm vorbei. Lukas kriegt langsam den kompletten Nervenzusammenbruch. Sanchez allerdings immer noch, bleib mal ruhig, das wird schon alles werden. Alles ganz cool. Und dann die absolute Höhe. Ein gewisser Herr Reinecke spricht Lukas an und sagt ihm, ey, du Lukas, ich muss mal mit dir reden. Kannst du vielleicht nach der ersten Stunde bei mir vorbeikommen? Und Lukas fragt noch so, warum? Und der Lehrer einfach nur so, ach, du weißt schon, warum. Lukas geht also richtig der Stift. Das ist so richtig, wenn deine Eltern dich nach unten rufen und sagen, Hanna, oder, also ich erinnere mich da sehr dran, Hanna, wir müssen mal mit dir reden. Und du weißt nicht, worum es geht, aber du spielst so in Gedanken durch, was hab ich alles verkackt, was haben sie rausgekriegt. Richtig schlimm. In diesem Fall ist Lukas ja wirklich klar, was er getan hat und ist natürlich sofort auf der Spur so von wegen, verdammt, der wird mich jetzt darauf ansprechen. Und sagt natürlich zu Sanchez, der ihn die ganze Zeit beruhigen will, ey, du kommst aber mit. Du gehst mit zu diesem Gespräch und stärkst mir so ein bisschen den Rücken, weil alleine schaffe ich das nicht. Die erste Stunde geht rum, Lukas geht zu dem Raum, an dem er sich mit dem Lehrer treffen soll. Sanchez ist nicht da und Lukas steht schon sozusagen mit dem Fuß auftappend vor dem Raum und sagt sich so, kacke, ich muss da jetzt gleich rein, ich kann nicht noch länger auf Sanchez warten. Der Lehrer kommt auch an, macht ihm die Tür auf, ja, komm doch mal rein. Lukas schwitzt richtig vor Aufregung, alles wird immer komplizierter für ihn. Es kommt ein Anruf rein und Lukas muss den Raum wieder verlassen. Jetzt in kompletter Heidenpanik ruft er seinen Bruder Marco an und gesteht dem erstmal, ich hab die Computer geklaut mit meinen Kumpels. Es ist ja echt der letzte Joker, den er noch hat. Also Marco hat ja das ganze Buch vorher schon gesagt, wenn irgendwas ist, wenn ich dir irgendwo raushelfen soll mit meinen komischen Mafia-Methoden, dann sag einfach Bescheid. Und er war die ganze Zeit so stolz, seinen Bruder einzugestehen, dass der diese Scheiße gebaut hat. Also der ist jetzt seit zehn Kapiteln ein völlig nervliches Wrack und jetzt geht es einfach nicht mehr. Und jetzt zieht er den Marco Joker, der ist ja da irgendwie die Stadtteil-Legende, der kann irgendwie alles. Der ist so die Deus Ex Machina überhaupt und jetzt geht es einfach nicht mehr und der soll ihn jetzt aus der Scheiße holen. Marco ist auch erstmal ein bisschen überrascht davon, er regt sich endlos auf darüber, was Lukas da gemacht hat. Weil er hat mir immer wieder gesagt von wegen, ey, halt dich aus der Scheiße raus. Was auch immer passiert, du machst da nicht mit. Sagt aber schlussendlich, pass auf, ich kümmere mich darum, gib mir ein bisschen Zeit. Und wenn du jetzt zurück in dieses Gespräch bist, gib nichts zu und verrate auch niemanden. Du sagst nichts dazu, egal welcher Verdacht dir gerade auf dich geworfen wird. Und dieses ganze Gespräch verläuft dann auch anders als gedacht im ersten Moment. Lukas wird nämlich nicht verdächtigt, sondern soll sich umhören. Der soll spitzeln sozusagen und dabei helfen, die Täter aufzuspüren. Und wir erhalten hier einen ganz kleinen Einblick. Auch Lehrer können Rassisten sein, weil der Lehrer dann mal so nebenbei anmerkt, so von wegen, ja, also diesen Ausländern zeigen was, ja. Hier in Deutschland gibt es ja Regeln, die können bei sich zu Hause Kamele klauen, wie es wörtlich im Buch drin steht. Ja, Lukas kann das ja nicht gewesen sein, weil der ist ja Deutscher, die machen sowas nicht. Ja, es ist so eklig. Und der Lehrer, der Lehrer ist halt auch Deutscher und jetzt müssen die ja mal richtig zusammenhalten gegen diese, ne. Boah, das ist richtig eklig. Und der Nazi ist Vertrauenslehrer, sag ich nur. Der Nazi ist Vertrauenslehrer. Es darf doch nicht wahr sein an so einer Schule. Ja, das ist schon richtig krass. Und das ist halt so ein hartes AfD-Sprech, was der da von sich gibt. Meine Fresse. Ja, man fragt sich echt, was machst du bitte an dieser Schule? Warum bist du da Lehrer? Ja. Das ist echt krass. Wird der strafversetzt oder so? Ja. Weil er hat sich das doch sicher nicht ausgesucht, oder? Nee. Kleiner Teaser, im Film ist es tatsächlich dieser Lehrer, dem am Anfang diese Stunde völlig aus der Bahn gelaufen ist. Okay. Aber das ist hier eigentlich nicht so. Also daher hat es einen noch mehr geschockt, weil du hast auch, merkst in dem Buch, es gibt halt Lehrer, die sind auch quasi Opfer. Also wie dieser Idiotenlehrer am Anfang mit dieser Stunde oder auch in dieser Vertretungsstunde. Aber es gibt auch Lehrer und auch der Schulleiter, die sind korrekt. Also da verhalten die sich sofort ruhig und die sind okay. Und der Vertrauenslehrer gehörte wohl eigentlich auch dazu. Herr Reinicke ist eigentlich okay und jetzt kriegt er mit, nee, Herr Reinicke ist eigentlich voll der Nazi, er geht gar nicht. Und gerade so paradox, weil er ja eben der Täter ist, aber ne? Ja! Ja. Allerdings ist das ja jetzt auch erstmal gut, weil nach diesem Gespräch flaut diese Panik erstmal ab. Er ist erstmal nicht im Verdacht und anscheinend hören die Lehrer auch nicht auf die ganzen Schüler, die an der Schule sind und die ja schon oft mit dem Finger auf ihn zeigen. Deswegen Lukas erstmal wieder ein bisschen entspannter. Marco ruft auch wieder an und sagt Lukas, dass er jemanden kennt, der ihm den Computer abnehmen würde. So nebenbei fällt der Name Abdul wird sein. Marco ist auch so krass, der meinte, ich kümmere mich. Wie lange hat dieses Gespräch gedauert? Zehn Minuten? Der hat schon 220 Anrufe gemacht und hat schon seine kompletten Kontakte da spielen lassen. Ganz Neukölln will diese Computer für ihn kaufen. Also das ist wirklich Deus Ex Machina. Allerdings würde ich es dem Marco abnehmen. Das ist halt schon so, wie er sich zu Anfang gibt und wie man sieht, wie er da in Neukölln rumläuft. Ich würde es ihm abnehmen, dass er so schnell eine Lösung findet. Sanchez taucht auch wieder auf mit einer fadenscheinigen Begründung, warum er jetzt nicht da sein konnte. Angeblich hat er gerade mit einer jungen Dame auf dem Klo eine Nummer geschoben. Was natürlich viel wichtiger war, als Lukas beizustehen. Natürlich. Genau. Sich auch so ein bisschen geiler Freund. Ja, danke. So nach dem Motto. Allerdings lädt er Lukas zum Essen ein, um das wieder so ein bisschen gut zu machen. Und Lukas teilt ihm dann noch mit, ey, wir haben eine Lösung für das Problem. Das Kapitel 10 geht dann relativ schnell rum. Wir sind bei Sanchez in der Wohnung. Lukas lernt seine Mutter kennen. Die gute Gabi, die etwas herzlich ruppig ist, würde ich mal sagen. Sanchez schneidet Lukas noch die Haare. Aber wir erfahren halt auch, dass nicht nur Neukölln, also während dieses Haareschneidengesprächs erfahren wir halt auch, dass nicht nur Neukölln Problembezirk ist, sondern dass auch da, wo Sanchez herkommt aus Hellersdorf, auch nicht alles leicht ist. Und dass der da ordentlich eins auf die Fresse gekriegt hat, als einziger, der halt eine dunkle Hautfarbe hat. Sanchez kommt ja neu in diesen Freundeskreis rein und wirkt so ein bisschen, als wäre er in voll dem viel besseren Bezirk aufgewachsen. Also die lachen auch immer so ein bisschen über Hellersdorf und so und sagen, ach, jetzt kommst du hier rüber, bald bist du schon richtig Neukölln, jetzt siehst du bald so aus. Und jetzt sagst du schon die und die Wörter, du bist bald richtig Neukölln. Als wäre das so eine ganz andere Gegend, aus der der kommt. Und jetzt kriegt er halt mit, nee, also da waren viele Rassisten, klar, also und er hat auch viel Mist erlebt. Ich meine, gut, der hat da auch Drogen genommen, mit Drogen gedealt und so weiter. Also so weit entfernt von Neukölln ist das da auch nicht. Ist das nicht. Ja. Und das ist das, was du vorhin meintest, also da gibt es halt Abstufungen von wie ist es, wo, Assi, wo gibt es welche Spielregeln, die man wie, wo beachten muss. Also einfach haben wir es alle nicht, aber es sind halt Graustufen. Und wir haben einen kleinen Zeitsprung und nähern uns dem Finale. Lukas, Julius und Sanchez sitzen gemeinsam rum und trinken eine Flasche Wodka. Lukas telefoniert wieder Marco und sagt dem mal so nebenbei, wir wurden abgezogen. Die Typen, die du uns vorbeigeschickt hast, die haben uns die Computer einfach geklaut und sind davon gefahren. Marco fragt noch, wie sah der Typ denn aus, der euch die Computer abgenommen hat? Und Lukas sagt, ja, hier, Boxerschnitt und tralala, Kettchen. Und Marco so, ey, Abdul hat lange Haare. Ihr seid an den Falschen geraten, der euch abgezogen hat. Scheiße. Erstens, interessante Entscheidung fand ich, die große Action-Szene, also das große Finale quasi wegzulassen und das dann in Form von so einer Nacherzählung an seinen Bruder irgendwie aufdecken zu lassen. Das fand ich irgendwie weird, aber ja, also nur zu lesen, wie Marco sich drüber aufregt, was da passiert ist, fand ich irgendwie spannend. Und auf der anderen Seite, jetzt haben wir es, die Computer sind alle weg und was sie davon hatten, sind verdammte 200 Öcken. Ja. Oh. Das ist natürlich auch ein Streitthema zwischen zumindest Julius und Lukas, weil Lukas, Julius nochmal sagt so, ja, du hast dem ja die Rechner gegeben, deswegen hab ich das getan. Mich trifft ja nicht so richtig die Schulter dran. Die sind einfach alle unfähig. Ja, Sanchez versucht die beiden auch zu beruhigen, ne, das Ganze kriegt sich halt wieder ein und Julius bittet Lukas doch mal, seine SIM-Karte in sein Handy zu stecken, weil der hat schon wieder keinen Saft mehr. Das tut Lukas dann auch und sagt dann erstmal, du hast neun Anrufe in Abwesenheit und es kommt sofort der nächste rein. Wir hören so ein bisschen Gestammel, so ein bisschen hin und her und Lukas fragt auch noch, wer ist das, ist das Ginos Mutter, was ist los? Und danach geht ein kleines Gespräch zwischen den dreien los und da hören wir jetzt mal rein. Ja, klar. Antwortet Julius stimmlos und legt auf. Sanchez und ich starren ihn an. Julius legt den Kopf in die Hände und reibt sich die Augen. Was ist passiert? Was ist voller Blut? Wo ist Gino? Julius reagiert nicht. Dicker, was ist los? Fragt Sanchez. Julius hebt langsam den Kopf. Julius, was passiert? Was ist mit Gino? Was ist voll Blut? Warum ruft seine Mutter dich an so spät? Dings, sie meinte irgendwas. Gino hat seinem Vater Glasflasche auf den Kopf geschlagen und ihn getreten, als er auf dem Boden lag, ja? Danach ist er weggerannt. Sie meinte, Ginos komplette Hand ist aufgeschnitten von dem Glas und dass sie nicht weiß, wo er ist, ist keine Ahnung, ja? Sagt Julius. Was? Hä? Gino? Niemals, oder? Also ich kenn ihn ja nicht wirklich, aber der passt ja überhaupt nicht. Sanchez sieht mich fragend an. Mal ernsthaft, das passt doch nicht, oder? Ich schütte den Kopf. Julius stört wieder aus dem Fenster. Das kann doch nicht stimmen, sage ich. Gino zieht doch seinem Vater keine Flasche über den Kopf. Niemals. Doch, sagt Julius. Wie doch? Ich hab ihm gesagt, er soll machen und ihm Tilly den besorgt. Was hast du gemacht? Ihm Tilly besorgt? Julius legt seinen Kopf wieder in die Hände. Julius, ist dein Ernst gerade? Bist du behindert, sage ich. Er winkt ab. Julius, dein Ernst? Mann, was ist mein Ernst gerade? Halt mal deine Schnauze, Lukas. Dings, glaubst du, ich mach das zum Spaß? Weißt du, was er mir immer erzählt für Sachen? Weißt du, was bei ihm zu Hause los ist? Julius sieht mich mit aufgerissenen Augen an. Sein Vater, der Bastard, rastet komplett aus, ja? Schlägt Gino. Schlägt seine Mutter vor seinen Augen. Seuf nur. Weißt du, was mit den 200 Euro von den Computern ist? Der Hurensohn hat ihm geklaut, ja? Ich schwöre dir, Lukas. Er spuckt vor sich auf den Boden. Und wie soll Tilly Dean ihm da helfen? Wenn's so schlimm ist gerade, warum ruft er nicht die Polizei? Warum rufst du sie nicht? Besorgst ihm stattdessen diese Scheiße und er tötet seinen Vater, oder wie? Ich schnappe nach Luft. Mann, was Polizei? Polizei? Was für Polizei? Was sollen die denn machen? Schreit Julius. Ein paar Fahrgäste drehen sich zu uns um. Julius greift nach dem Wodka und nimmt einen tiefen Schluck. Die Bahn wird langsamer. Was sollen die denn machen, Lukas? Ganz ehrlich. Gino meinte zu mir, er will einfach mit seiner Mutter und seinem Bruder abhauen, ja? Einfach weg von dem Hund. Dings. Aber er kann nicht. Der lässt ihn niemals gehen. Späht sie einfach rein, ja? Er sagt, er muss zugucken, wie der seine Mutter schlägt. Aber kann ihnen nicht helfen. Dings. In seinem Zimmer. Hört ihn rumbrüllen. Hört sie schreien. Aber kann nix machen. Weißt doch. Er meinte, er fühlt sich wie der letzte Versager, weil er seiner Mutter nicht helfen kann. Ich hab ihm gesagt, er soll ihm einfach Flasche auf den Kopf hauen. Aber nur so, dass er ohnmächtig ist und sie genug Zeit haben, um abzuhauen. Er meinte, er will. Aber kriegt's nicht hin. Hat Hemmung. Dann, Dings. Hab ich ihm gesagt, ich hol ihn Tille. Und wenn nächstes Mal sowas ist, soll er nehmen, dann kann er. Mit Tilledin ist vorbei mit Hemmung, ja? Der wollte erst nicht. Und dann genau an dem Tag, wo wir in eurer Schule waren, schreibt er mir, weil sein Vater wieder ausgerastet ist, dass ich ihn besorgen soll. Was soll ich machen, ja? Er ist mein bester Freund, Mann. Julius schnappt nach Luft. Lass mal auf jeden Fall die SIM-Karte noch drin, falls seine Mutter sich nochmal meldet. Er guckt aus dem Fenster. Oh fuck, Neukölln. Wir müssen raus. Er springt auf. Darf ich direkt was sagen? Tilledin und ich sind gute Freunde. Also, okay. Okay, okay. Wer sich an die letzten Folgen erinnert, der weiß, dass ich mit meinen Schülern auch über Drogen spreche. Und unter anderem auch über Tilledin. Tilledin ist ein, ja, man könnte sagen Schmerzmittel, was beruhigend, enthemmend, euphorisierend wirkt. Das heißt, er hat genau um das richtige Zeug gebeten, ne, er hat sich offensichtlich nicht getraut, seinem Vater eins rüber zu hauen. Und Tilledin sorgt dafür, dass dir alles egal ist und du Gas gibst. Also, das ist wirklich genau das richtige Zeug dafür. Und was ich spannend fand, Tilledin ist vor allen Dingen in den letzten Jahren in der Rapper-Szene extrem hochgegangen. Und jetzt kommt die Verbindung zu Sonne und Beton. Ich gucke mir mit meinen Schülern immer das Steuerung-F-Interview mit Capital Bra an, der über seine Tilledin-Sucht redet. Und gleichzeitig gucke ich mir genau dieses Interview auch an, wenn wir über Sprache reden. Weil Capital Bra hat einfach gar keine Sprache mehr, ne? Alter Dings, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, Alter, Alter, Dings, Dings, Dings. Und das fand ich so lustig, dass jetzt noch Tilledin zur Sprache kam, weil ich dachte, ey, wenn du dir jetzt dieses Interview von Capital Bra anhörst, der redet teilweise genauso, wie die da reden. Und es ist so schön, wenn ich mit meinen Schülern darüber rede, weil die dann merken, dass Sprache dumm machen kann. Also je nachdem, wie du sprichst, hörst du dich einfach völlig dumm an. Und gegen Ende des Interviews zeigt er eine sehr menschliche Seele und sehr angenehme Seele, aber die Sprache macht es einfach kaputt. Und das finde ich total toll. Also an der Stelle, Leute, wenn ihr Sonne und Beton mit euren Schülern macht, dann nehmt bitte dieses Tilledin-Interview von Capital Bra. Es passt wie Arsch auf einmal in dem Moment. Krass. Aber Gino hat das jetzt quasi als Pervitin genutzt, wie in der Drachenband. Ja, genau. Also bewusst einschmeißen, damit er richtig hemmungslos zuhauen kann. Ja, dafür ist Tilledin gut, genau. Und da kommt es ja jetzt alles hoch. Also deswegen war Gino einfach mal seit fünf Kapiteln nicht mehr da, weil der da einfach keine Ahnung wie eine Geisel gehalten wird und den ganzen Tag zusammengestangen. Noch mehr Eskalation geht ja gar nicht. Und jetzt hat er die Notbremse gezogen. Hart. Ja, und ich verstehe es total. Es ist, er tut mir so leid, aber ich verstehe, der will seine Mutter schützen. Wir haben gehört, die Freunde mögen Ginos Mutter. Der hat seinen MS-Bruder. Und dann hast du diesen prügelnden Vater. Und den lernen wir im Film zum Beispiel wirklich kennen. Okay. Und du denkst einfach, ja, ich kann verstehen, dass jetzt irgendwie die Reißleine gezogen. Das ist deine einzige. Er hatte sich, glaube ich, gedacht, mit der Kohle von den Computern könnte er seine Mutter und seinen Bruder da rausholen. Da das jetzt aber alles nichts geworden ist, bleibt keine andere Möglichkeit mehr. Und jetzt ist einfach Feierabend und ich kann es so nachvollziehen. Ja, ich fand das auch so schlimm. Also ich habe das vorhin noch mal gehört, das Hörbuch, und musste echt heulen. Ich fand das so fürchterlich. Und Julius bekommt da noch mal einen total menschlichen Anstrich. Also das hat man jetzt in dem Part nicht gehört. Er ist halt völlig überfordert, hat dem geholfen, jetzt diese Tat durchzuführen. Ein paar Seiten später kommt dann gleich, ich wollte doch nur helfen. Und der klappt auch völlig zusammen. Also man merkt, wie fertig die alle sind einfach in dieser Situation und wie überfordert die alle sind. Und das erwischt einen so kalt, weil vorher diese Spielchen mit den PCs da irgendwie noch erzählt werden. Und das wirkt halt dagegen so lächerlich einfach so. Ja, jetzt haben sie dich abgezogen. Jetzt sagt Marco noch, die kriegen wir schon wieder. Also hier dieses komische Verbrecher-Katz-und-Maus-Spiel, wo die sich einfach anstellen wie dick und doof. Dann kommt halt so ein Hammer, was ja die ganze Zeit vorher auch schon angedeutet wurde. Also diese Gino-Sache, die läuft ja die ganze Zeit nebenher. Und man fragt sich die ganze Zeit, was zur Hölle ist da los einfach? Ja. Gino ist halt verschwunden und deswegen machen sich die drei dann erstmal auf die Suche nach ihm. Laufen halt durch die ganze Gropius-Stadt. Wo könnte er denn sein? Ihnen ist auch nicht so richtig klar, weil wie wir ja erfahren haben, das wird nicht das erste Mal sein, dass Gino irgendwie nicht rauskommt. Also der ist wahrscheinlich häufiger einfach nur zu Hause und den fallen auch so direkt keine Orte ein, an dem er sein könnte, wo er alleine sonst wäre. Auf dem Weg treffen sie dann nochmal Cem, den wir ja von Anfang kennen. Der Bruder von einem Bruder, der mit Lukas Bruder gut verbandelt ist. Der steht gerade an einem Hauseingang und ist wild am Rumknutschen mit einem Mädchen. Und was wir noch ganz so nebenbei erfahren, Julius blickt in dem Moment zu Boden und wird ganz, ganz untypisch für ihn. Und schweigsam. Die quatschen kurz mit ihm und sagen, hey, wir haben irgendwas zu tun, tralala. Und als sie schon weggehen wollen, dreht sich Julius nochmal um und schreit das Mädchen an. Ja, er klatscht dir eine, vor allen Dingen. Er klatscht dir eine. Er schreit nicht lange, er klatscht dir eine. Aber richtig, also die fängt an zu bluten und alles. Dann eskaliert die Situation richtig krass, weil Cem jetzt anfängt, Julius zu verprügeln. Das Ganze geht hin und her. Wir haben so eine kleine Kampfszene beschrieben, in dem die drei es dann doch endlich schaffen, Cem zu Boden zu drücken und zu sagen, hey, jetzt bleibt mal ganz ruhig. Wir reden darüber und dann ist alles gut. Die Situation wird so, naja, geklärt. Es wird aufgedeckt, dass dieses Mädchen halt Julius Freundin ist und mit Cem halt auch zusammen ist. Das ist diese ominöse Denise, die auch schon die ganze Zeit nebenher lief, die Cem im ersten Kapitel oder im zweiten gesucht hat und von der SMS im Handyspeicher waren. Die fährt zweigleisig, die Gute. Und deswegen dieser Name, der tauchte halt immer wieder auf und ja, es musste ja schief gehen. Jetzt prügeln sie sich mit Cem. Die Schlampe hat uns verarscht, Alter. So sieht's aus. Komplett eskaliert die Situation so kurz vor Schluss nochmal und Julius erhält nochmal einen Anruf. Gino wurde gefunden, endlich und zwar bewusstlos und der befindet sich jetzt im Krankenhaus. Die drei machen sich also auf den Weg zu ihm und das Ganze endet dann im Krankenhaus. Dieser letzte Satz, wir wollen einfach zu Gino bitte. Welches Zimmer ist er? Und dann ist einfach Ende. Und ich war in dem Moment so, was? Ja, ich auch. Wirklich Ende Gelände. Und du stehst da einfach und denkst, wie bitte? Das ist doch jetzt das Ende. Also, hallo? Ich war fix und fertig. Sorry, ich fand's richtig geil. Ja. Ja, es ist auch. Aber du denkst halt wirklich im ersten Moment so, warum? Hä? Ja, Abbruch. Und jetzt? Ja, so Kurzgeschichten-Style. Also mittendrin einsteigen und mittendrin aufhören. Und ich fand's so geil, weil das genau diese Welt widerspiegelt, in der sie sich da befinden. Also dieses Buch hat keinen klassischen Aufbau hier mit der Einleitung und dann steigert sich langsam und bla 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 und du weißt schon genau, gleich passiert irgendwas. Das ist in diesem Buch überhaupt nicht so. Das hat so eine total wirre Spannungskurve. Dann passiert auf einmal ein fetter Knall und du erwartest es nicht und dann passiert mal zwei Kapitel gar nichts und so. Und es bleiben einfach ganz viele Doseenden in diesem Buch stehen. Was ist jetzt mit der Beziehung zum Vater? Kommen die nochmal irgendwann klar? Was ist mit diesem Gino? Was ist überhaupt mit dem Vater? Ist der tot? Ist mit dem sonst was? Was genau war da jetzt mit Julius? Wie kam der überhaupt auf die Idee, sich da so ranzuwanzen? Was ist die Beziehung zwischen diesen Jungs genau? Tausend Fragen am Ende. Und genau das ist die Welt, in der die leben. Die kommen einfach nicht klar und diese Welt besteht aus Fragen, in der die da leben. Und das fand ich richtig, richtig stimmig am Schluss. Ich fand es auch super und ich war trotzdem fix und fertig. Und das zeigt, wie sehr du diese vier liebgewonnen hast in dem Moment. Also wie sehr du in dieser Geschichte drin bist, dass du wissen willst, ob alles okay ist. Ob alles wieder, du hast so den inneren Drang nach Happy End, weil du die vier Jungs so liebgewonnen hast. Und das finde ich noch viel toller, dass du in dem Moment so fassungslos bist, aber merkst, wie sehr dich diese Geschichte trotz all dieses Ghetto-Slangs und dieser ganzen harten Welt so gecatcht hat, dass du denkst, was? Lass mich nicht alleine, ich bin noch nicht fertig mit euch. Ich bin mit zu Gino. Ja, genau. Wie geht's? Wir haben allerdings doch ein ganz kleines Ende, glaube ich. Und zwar die allerletzte Seite, in der wir dann nochmal so einen Artikel aus einer Zeitung sehen, in dem einfach nur gesagt wird, Die Computer wurden gefunden, zumindest die, die den Diebstahl begangen haben. Und anscheinend sollen es drei Teutchtürken sein und davon einer Abdul heißen. Ihr habt den Film ja nicht gesehen, aber im Film kriegt man raus, dass Marco Schulden hat bei irgendeinem Russen. Und dass er tatsächlich quasi diesem Russen diese Computer versprochen hat und dass die also nicht abgezogen wurden, sondern Marco mit den Computern seine Schulden begleicht. Also da ist es eine komplett andere Story am Ende. Ach, okay. Dass quasi der große Bruder da doch noch seine Finger mehr im Spiel hatte. Aber hier finde ich es ganz nett noch zum Ende, diesen winzig kleinen Artikel. Also die Leute, die die abgezogen haben, die halten die dann einfach für die Diebe. Und Lukas und die anderen sind aus der Nummer raus. Das fand ich nochmal ganz nett. Ja, fand ich auch. Stell deine Frage. Hau raus. Stell dir eine Frage. Gehört sowas in den Lehrplan. Ja, Hannah, erste Reihe. Obwohl du geschnipst hast, eigentlich würdest du nicht drankommen, aber wenn es Sonntag ist. Hannah meldet sich. Ja, ich bin sowas von dafür. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man als Deutschlehrerin, in meinem Fall jetzt, das nicht kaputt macht. Ich glaube, man darf diese Sprache nicht überanalysieren und quasi irgendwie diesen moralischen Zeigefinger erheben, wie dumm die sprechen so ungefähr und irgendein Satzbau vorhanden und so. Das darf man auf gar keinen Fall kaputt machen, weil wir haben eben schon gesagt, das ist exakt die gleiche Sprache, wie sie heute gesprochen wird. Das heißt, wenn ich dann mit den Jugendlichen dieses Buch lese und denen ihre eigene Sprache kaputt mache, dann habe ich verloren. Dann geht auch der Rest der Message dieses ganzen Buches einfach unter. Stefan? Das war auch mein allererster Gedanke. Deswegen will ich direkt darauf reagieren. Also das ist meine erste Befürchtung, wenn ich jetzt sagen würde, lese das bitte im Deutschunterricht. Das Oberstudienrat Herr Doktor bla bla bla. Da vor der Klasse steht, wir lesen jetzt ein Buch über die Asis. Jetzt gucken wir doch mal, wie die brauchen. Oh, guck mal, die können gar nicht richtig reden, die Asis. Gut, dass wir hier nicht so sind. Also ich glaube, dass es durchaus ganz, ganz viele von diesen Klischee-Kollegen, viele, viele, viele auf der Welt gibt, die das benutzen würden für so eine Selbstvergewisserung. Zum Glück sind wir nicht wie die. Und jetzt meine lieben Schüler, guckt doch mal, warum die so scheiße sind und was da für Grammatikfehler drin sind. Und ich glaube, da gibt es durchaus auch Schülerinnen und Schüler, die mal genau sowas mitziehen würden. Das wäre einfach der super GAU, den man anrichten könnte. Und da wird mir schon richtig flau im Magen, wenn ich darüber nachdenke, das zu empfehlen. Also das ist die Prämisse, das darf es auf gar keinen Fall werden. Aber ansonsten finde ich es super. Ich spreche mit meinen Studierenden sehr viel über Milieu und sehr viel darüber. Ich meine, die werden auch nur ErzieherInnen bei mir. Es ist jetzt nicht so, als wären die reich mit ihrem Job. Wir haben erst letzte Woche über, wo ist eigentlich die Armutsgrenze, gerade bei 1200 netto. Wie viel liegen die drüber, wie viel liegen die drunter? Mit welchen prekären Familienlagen kommen die eigentlich in Berührung? Was bedeutet das nur vom sozialen Milieu, wenn du da aufwächst? Welche eben Intersektionalitäten sind da alle noch mit verbunden? Nur weil du beschissen aufwächst, wirst du keinen guten Zugang zu Bildungen haben, keinen guten Zugang dann zu Geld, dann Wohnort. All diese Sachen, die dann zueinander, also zusammenhängen. Dann haben wir wiederum Leute wie Aladin Mafalani, die gerade genau über diese Sachen reden. Und das an diesem Beispiel aufzumachen, dafür ist das da. Um zu sagen, wie ungerecht diese Welt ist und wie toll trotzdem diese vier Jungs sind. Und dass man mit denen mitleidet und mithofft, dass die es irgendwie da rausschaffen werden irgendwann. So, wie Felix Lobrecht es irgendwann rausgeschafft hat, trotz viel Scheiße, die da mit Sicherheit gebaut hat. Also du hast so viele Möglichkeiten zu zeigen, Leute, die Jungs sind nicht dran schuld. Die sind einfach so, wie sie sind oder wie es damals vor allen Dingen gerade in dem Teil in Berlin war, als da wirklich die Post abging in diesem Stadtteil. Und du kannst es toll aufmachen und toll aufziehen. Aber auf gar keinen Fall, bitte mach es nicht an der Sprache fest, dann machst du es kaputt. Aber dann bin ich sowas von dabei, es im Deutschunterricht zu nehmen. Ich finde, es ist das erste Buch, was wir besprechen, wo ich hundertprozentig denke, das knüpft an, an der Lebenswirklichkeit. Das ist sofort da. Von oben herab ist verboten. Absolut verboten, sonst gibt es eine links von Hannah und eine rechts von mir. Aber ansonsten war das ein Daumen hoch. Ja, absolut. Ja, ich hadere ein bisschen mit mir, also mit allem Möglichen. Und innerlich habe ich da meinen inneren Studienrat, der sich denkt, man kann doch nicht auf so vielen Seiten das abzelebrieren. Auf der anderen Seite ist es eben so ein geiles Kunstwerk, das einfach so mega authentisch ist. Und ich denke ja gerade an solche Gesamtschulklassen. Ich habe da sehr, sehr bunte Tüten vor mir sitzen in der Säk 1. Und da ist alles bei. Also vom Akademikerhaushalt, Mutter Ärztin, Papa Anwalt und auf der anderen Seite eben Leute, die im Wohnblock wohnen und die so eine Kleinstadt kriminellen Existenz irgendwie so vor Augen haben. Da kann das, glaube ich, schon ein sehr verbindendes Element sein, mal so ein Buch zu lesen aus einem Stadtteil, wo es mal so richtig, richtig zur Sache geht. Und was für liebe Menschen das trotzdem sein können und auch ein Vorbild zu haben und so. Und ach, da trifft sich echt viel in diesem Buch. Das ist eine wirklich schwere Entscheidung, auch wenn ich dieses Buch sehr liebe. Also Leseempfehlung auf jeden Fall würde ich es im Unterricht machen wollen. Hanna nickt mit allem, was sie kann. Komm schon, Stefan. Komm jetzt. Ich kann es nachvollziehen. Alles, was Hanna gesagt hat, ist sehr überzeugend. Ich bleibe trotzdem bei ein bisschen ambivalent, aber eher ja. Das nehmen wir als Daumen hoch. Ist okay. Ja, ist ein Daumen hoch. Seit der letzten Folge dealen wir ja in halben Daumen, habe ich gelernt. Also Caro und Paul, die sind ja noch mal so zwei Meter zurückgerudert nach meiner Rede. Das war jetzt ein halber. Den halben Daumen würde ich auch in Anspruch nehmen. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich nach dem ersten Lesen vor vier Jahren gedacht habe, geil, das wäre genau das Richtige für so eine BFS-Klasse bei uns. Weil das sind so die Typen, die auch in dem Buch vorkommen. Nach jetzt aber nochmaligem drüber nachdenken, finde ich es wirklich schwierig, weil ich Schiss hätte, was da aufploppen kann und was ich vielleicht nicht auffangen kann alleine. Also das wäre jetzt halt das eine Problem, was ich habe. Das andere Problem ist, dass das einfach durchweg ein Jungsbuch ist. Und das hat mich irgendwie genervt. Die paar Frauen, die da vorkommen oder Mädchen, die sind so eindimensional und das finde ich schon so ein bisschen ... Also da haben wir jetzt halt so die Opferfrauen und dann haben wir die Denise, die halt irgendwie ein falsches Luder ist. So das ... Ja, und das sind die einzigen beiden, die überhaupt einen Namen haben. Ja, und das ist schon irgendwie echt nervig. Ja, und die Karin ist halt auch so eine total Liebe, aber ist halt auch eher so Opfertyp und Ginos Mutter auch. Und das finde ich halt sehr schade, weil die Jungs sind alle mehrdimensional gezeichnet, ganz toll. Und die Mädchen beziehungsweise Frauen eher nicht. So, ne? Hanna. Ich denke mir, genau in dem Alter brauchen die Jungs auch die Unterstützung. Wir wissen, Mädels sind viel weiter in dem Alter. Und die vielleicht mal so darzustellen, dass sie eigentlich auch ganz okay ist, auch wenn die sich manchmal verhalten wie Idioten, würde das Ganze ein bisschen supporten. Aber genau in der Altersgruppe halt. Also, wenn ich es behandeln würde, dann würde ich das auf jeden Fall halt auch thematisieren, dass ich das ein bisschen schade finde. Ja, also von mir auch ein halber Daumen. Aber ich bin auch Fan des Buchs, immer noch, klar. Ein großer Daumen und zwei halbe, Paul. Ich habe Verständnis für dieses Bedenken, dass da Lehrer kommen können, die sagen von wegen, ja, mal von oben herab gucke ich darauf herunter. Und da ist richtig, da würde ich zustimmen von wegen. Also, ich glaube, man muss der richtige Lehrkörper dafür sein, das zu machen. Das kannst du nicht irgendjemandem an die Hand geben, der komplett arrogant darüber hinwegsteigt. Der große Knackpunkt für mich, ich meckere sonst ganz, ganz häufig bei den Büchern, die sind so weltfremd für die Schüler. Die sind so weit weg davon, was die überhaupt an Lebensrealität haben. Und hier ist das mal was, womit sie sich vielleicht wenigstens auseinandersetzen können, weil das halbwegs in ihrer Zeit spielt. Wo sie sagen, ja, dieser Ort existiert auch heute wirklich. Ich könnte da hingehen und könnte mir das angucken. Und allein das ist für mich Grund genug, zu sagen, es gibt einen Daumen nach oben. Weil es eins der wenigen Bücher ist, die sagt, das ist die Welt, wie sie heute ist. Und damit könnt ihr und solltet euch auch auseinandersetzen. Ja, Mann! Okay. Ein Gedenk aller Bruchrechnungen sind wir bei mindestens drei Daumen hoch. Aber dagegen ist auf jeden Fall keiner. Das ist eindeutig genehmigt, Herr Lobrecht. Ja, ja, ja. Was ich auch noch sagen wollte, die Sprache holt mich ja so ab, weil es eben so eine gelungene Melange ist. Also das ist echt mal wirklich ein Buch, die Jugendsprache ist wirklich authentisch. Und in anderen Epochen reden wir immer drüber, oh, da hat im Sturm und Drang sich jemand getraut, du Schuft da reinzuschreiben. Voll das Ereignis. Welchen Schüler brauchst du es noch erzählen? Und hier ist ein Buch, jedes zweite Wort ist Hurensohn. So, so ist die Welt. Und das ist eben authentisch, das ist gut. Wiederum der Erzählerbericht, also alles, was nicht wörtliche Rede ist, das ist ja schon anspruchsvoll geschrieben. Also der Lobrecht kann schreiben und der kann auch anschaulich schreiben. Und es ist trotzdem nicht so abgehoben, als könnte das nicht auch tatsächlich ein Junge mit 16 geschrieben haben. Und das ist schon eine gesunde Mischung für den Unterricht. Und das ist auch da eine gute Ebene von da aus im Unterricht Sprache zu thematisieren. Das ist gut. Mich holt es ab. Ich weiß, ich bin die Einzige, die Hip-Hop hört. Also ich war bei der Musik sofort dabei, muss ich sagen. Auch im Film alles, Agro, Berlin, Flair, alles Sachen, die ich ja auch höre und so. Und ich erinnere mich daran, Felix sagt das immer so, deswegen sage ich das jetzt auch so, Shoutout an Marcel, ob der es jemals hören wird. Einer meiner Schüler, der kommt halt aus Berlin, auch aus dem Viertel. Und der hat mir damals eine Arbeit geschrieben, wie Bushido sein Leben geprägt hat und wie Bushido ihn da rausgeholt hat, an sich selbst zu glauben und so weiter. Mega Aufsatz, ich feiere den bis heute, umgangssprachlich bis zum geht nicht mehr. Aber du kriegst mit, was Hip-Hop für diese Leute bedeutet hat und für die Jugendlichen da aufzuwachsen. Und der hat jedes Lied dann wirklich sich angeschaut, analysiert. Warum war das ein Lied, was meine Jugend geprägt hat? Warum war das so wichtig und so? Und was hat das mit der Beziehung mit meiner Mutter zu tun? Und ich glaube, damit holt man es eben auch ab, weil das ist die Musik, die heute gehört wird. Ich weiß, das sind, eigentlich ist das Musik, die sollte ich als Deutschlehrerin nicht hören. Weiß ich. Ach, weil ich bin Stischalter und so und voll schlimm und so. Und klar, ich höre auch viel elitären Hip-Hop, so wie Alligator oder so, die also wirklich mit sehr viel Bildungsinhalt tatsächlich ihre Texte schreiben und so. Aber ich finde es total toll, wenn man sowas dann auch mit bespricht, wie Hip-Hop diese Kultur geworden ist bei uns in Deutschland. Und gerade in Berlin, Agro-Berlin, KIZ, das hat eine riesige History, die dahinter steckt. Und das wäre so meins, das mit meinen Schülern zu besprechen. Und da bin ich fast ein bisschen traurig, dass ich weiß, dass das bei uns am Berufskolleg jetzt wahrscheinlich nicht so der Fall sein wird. Aber ich finde es, es kann so toll sein, wenn man sich wirklich drauf einlässt, wenn man vielleicht auch nicht jetzt gerade schon 60 ist, weißt du, und damit so gar nicht, gar keine Bührungspunkte hat. Aber ich habe in meiner Jugend Hip-Hop gehört, ich war nicht Berlinerin, deswegen habe ich klar, den krassen Scheiß habe ich damals nicht gehört. Das tue ich heute. Das nimmt, also diese ganze Kultur, diese Jugendfreundschaft, dieses Männlichkeitsbild, diese ganze Studie, sei es Migration, Sozialisation, da steckt so viel drin und ist so ehrlich und ich bin wirklich großer, großer Fan. Und was mir gerade nochmal auffällt, während wir so gerade drüber reden, das passt ausgezeichnet in den neuen Sekt 1 Lehrplan für Gesamtschulen in NRW. Also da sind ganz viele neue Themen zugekommen, sowas wie Sprachvarietäten und Migrationssprachen, Herkunftssprachen und diese ganzen Code-Switchings dazwischen und in welchem Milieu ist was angemessen und sowas. Und da einfach das über eine Lektüre zu regeln, anstatt hier unter Sachtexten zuzubomben in den Klassen 9 und 10, das ist ja ein schöner Ansatz. Stefan, höre ich da, dass es doch ein ganzer Daumen oben ist? Na? Oh, das dauert noch ein bisschen, bis ich wieder eine 9 oder eine 10 habe. Ich fange ja nächstes Jahr wieder in 5 an wahrscheinlich. Habt noch ein bisschen Bedenkzeit, würde ich sagen. Gudi, es war ein wunderschöner Nachmittag mit euch, wie immer. Ja, so sehr. Ja, ja. Grüße gehen raus an Herrn Lobrecht und seinen kleinen Podcast, der hiermit sehr empfohlen sei nochmal. Machst du gut, Junge, machst du gut. Machst du gut. Sonst würde ich sagen, auf Wiederhören, ihr Opfers. Voila. Tschüss. Ciao. Ihr hörtet Labberfach 48, Sonne und Beton von Felix Lobrecht. Ich glaube eigentlich nicht, dass der Werbung von uns benötigt. Wenn diese Folge erscheint, dann kam vor zwei Tagen das Spotify Wrapped 2023 heraus und das fünfte Jahr in Folge war gemischtes Hack, der meistgehörte Podcast Deutschlands. Und jetzt kommt auch noch das Laberfach Gütesiegel dazu. Meine Güte. Besten Dank an unseren fünften Mann Fandi, der mit der Musik zur heutigen Folge höchstwahrscheinlich etwas aus seiner Komfortzone herauskommen musste. Lieben Dank. Und jetzt aufgepasst und mitgemacht. Was meint ihr, gehört Sonne und Beton in den Lehrplan? Diskutiert mit uns auf Insta, auf bluesky oder auf laberfach.de. Dort erreicht ihr uns auch für Feedback, für Fragen oder für Bücherwünsche aller Art. Wir danken euch sehr, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns Sterne gebt oder uns sogar euren FreundInnen weiterempfehlt. Eine Folge haben wir noch dieses Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis demnächst. Bis demnächst.